Und damit auch ein ganz herzliches Willkommen von mir, Sven Tietzer mein Name. Man kennt mich vielleicht etwas besser an der Seite dieser betagten Dame. Das ist Brunhilde, Austreckerfahrer dürfen das. Und auch sie wird heute noch bei Granit Live eine wichtige Rolle spielen. Ich sage euch und Ihnen ganz kurz, was in den nächsten 90 Minuten auf uns zukommt. Ja, es sind 90 Minuten volles Programm und bei den Spritpreisen, da kann man auch nicht viel anderes machen. Da können wir schön am Handy bleiben oder vor dem PC oder vor dem Rechner oder per Livestream in der Werkstatt. Wir haben ja sonst nichts zu tun, nicht wahr? So, heute Abend wollen wir tatsächlich hier einen neuen Weltrekord auf die Beine stellen. Und zwar den schnellsten Reifenwechsel an einem Schlepper, den es je gegeben hat. Außerdem stellen wir viele neue Produkte vor. Das ist logisch. Und es gibt auch etwas zu gewinnen. Unter anderem diesen wunderbaren niegelnagelneuen Sitz. Thomas, zeig ihn mal. Von mir gibt es noch ein paar Infos dazu. Es ist ein 12-Volt-luftgefederter Komfortsitz. Sehr hochwertiger Stoffbezug. Eine niedrige Aufbauhöhe. 20 Grad drehbare Sitzfläche nach links und auch noch nach rechts. Es gibt eine Sitzkissen-Tiefen, eine Neigungsverstellung in Klammern SDT. Eine Dokumentenbox, einstellbarer Stoßdämpfer. Das ermöglicht eine weiche oder härtere Dämpfung. Und wer in 90 Minuten das alles auswendig aufsagen kann, dem gehört dieser Sitz. Ist doch einfach, oder? Ach nee, wir machen es ja anders. Also wir blenden in diesem Moment ein wunderbares Bild ein von diesem Sitz auf Instagram und auch auf Facebook. Ihr schreibt in die Kommentare, warum ihr geeignet seid für diesen Sitz, warum ihr den gebrauchen könnt. Und dann am Ende der Sendung werden wir einen Gewinner haben. Bezahlt von den Chefs des heutigen Tages, Hans-Peter Fricke, Philipp Fricke und Adrian Fricke. Herzlich willkommen. Hallo Sven. Ja, wieso sage ich eigentlich herzlich willkommen? Herzlich willkommen. Eigentlich falschrum, ne? So, es ist mittlerweile die 56. Heslinger Landmaschinen-Show. Und das wievielte Jahr jetzt ohne Publikum? Ja, das dritte Jahr, ne? 20 hatten wir das Festzelt schon aufgebaut. Und dann ging es natürlich nicht. März 20. Dann letztes Jahr haben wir es auch in eine virtuelle Landmaschinen-Schau gemacht. Und dieses Jahr versuchen wir eben auch virtuell etwas zu machen. Also ich muss sagen, ich war ja letztes Jahr mit von der Partie. Da waren wir hinten in der großen Halle. Da war schon, da dachte ich schon, die Herren und Damen haben ganz schön was aufgelegt. Zuerst waren alle kritisch. Auch die Landmaschinen-Verkäufer, die sich präsentieren mussten, waren kritisch. Aber da hat es allen Spaß gemacht, ist gut rübergekommen. Wir haben sehr gute Kritiken bekommen. Deswegen haben wir es nochmal gemacht. Waren kritisch, war ja auch ein bisschen nervös. Man steht dann auf einmal vor der Kamera. So ein Studio ist aufgebaut in den heimischen Wänden. Da kriegt man natürlich schon mal einen kleinen Tatterich. Aber am Ende ist es ja gut gelaufen. Es gab viele Zuschauer. Klickzahlen waren gut. Das ist klasse. Und dieses Jahr kann man nur sagen, nochmal eine Schippe draufgelegt. Heute ist erst Tag 1. Also wir sehen uns jetzt an drei Tagen in Folge. Dazu später mehr. Aber bevor wir auch gleich mal über die aktuelle Lage in der Ukraine sprechen, wollen wir einmal kurz auf die Firma Granit schauen. Es ist Granit Parts. Es sind die Ersatzteile. Hans-Peter, wie lange gibt es die schon? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr sagt, wir hauen Ersatzteile für Schlepper auf den Markt? Ersatzteile haben wir natürlich schon immer gehandelt. Aber vielleicht kann man sagen, der Ursprung lag so ein bisschen an Hanomag. Also wir waren in den 60er Jahren schon größerer Hanomag-Händler. Die Firma wurde dann Anfang der 70er Jahre filetiert von der Deutschen Bank. Der Traktorenbau wurde eingestellt. Und damals hat mein Vater eben diese Ersatzteile, das Produktionslager gekauft. Er hat sich hoch verschuldet. Meine Großmutter musste mit dem alten Teil aus dem Grundbuch raus. Und ist das Risiko eingegangen und hat damals eben schon gesehen, dass man mit Ersatzteilen Geld verdienen konnte. Und wir hatten aber auch einen sehr, sehr erfahrenen Meister, der sich um die Ersatzteile kümmerte. Und mit dem gemeinsam haben wir dann dieses Hanomag-Geschäft schon bundesweit aufgebaut. Und der Name Granit kommt tatsächlich vom Hanomag-Schlepper? Nein, das war eben einfach so, dass wir gesagt haben, okay, es gibt den Landmaschinenhändler Fricke und das Ersatzteilgeschäft, das separieren wir. Wir geben dem Kind einen eigenen Namen. Und auf der anderen Seite wollten wir auch den Produkten einen eigenen Namen geben. Und so haben wir dann Brainstorming gemacht. Aber vielleicht auch, weil eben Granit ist, also es gab also einen Traktor-Typ, Granit 501. Und sind wir dann eben auf den Namen Granit gekommen. Und Granit ist eben auch ein Wort, das man eben auf Dänisch, kennt man Granit, auf Französisch, auf Tschechisch. Das war dann eben einfach Zufall. Und so haben wir eben gesagt, okay, der Unternehmensbereich heißt Granit und auch die Produkte haben einen Namen, Granit Parts, Granit. Und so haben wir das dann von Anfang an so durchgezogen. Schauen wir doch mal auf die aktuelle Situation in der Ukraine. Also ihr habt ja tatsächlich Mitarbeiter vor Ort. Die Ereignisse haben sich jetzt erschlagen innerhalb kürzester Tage. Wie habt ihr reagiert? Wie erlebt ihr die Situation? Nein, das ist natürlich, hätte man sich nicht vorstellen können, dass wir im 21. Jahrhundert in Europa nochmal so eine kriegerische Auseinandersetzung haben. Und das, was Putin da macht, was Russland da macht, ist schon natürlich verrückt, verstörend. Und wir sind natürlich im Herzen auch bei unseren Kollegen, bei unseren Mitarbeitern. Und was haben wir gemacht? Also wir haben die, von Freitag auf Samstag sind Mitarbeiter von uns, Herr Druske, Herr Wrede, sind an die ukrainische Grenze gefahren, haben die Ehefrauen der Mitarbeiter dort eingeladen. Denn einige haben die Kinder mitgenommen und die sind jetzt hier in der Weser-Elbe-Region verteilt und sind sicher. Aber unser Jarek beispielsweise in Chitomir, da ist ein Militärflughafen in der Nähe, der sitzt da jetzt irgendwo im Keller wahrscheinlich und hört irgendwelche Einschläge. So ist es ja. Und wir haben dann auf der anderen Seite auch, wir haben sogar noch Lkw-Ladungen bekommen aus der Ukraine, haben die vollgepackt mit Lebensmitteln und haben die wieder zurückgeschickt. Erstehen auch jetzt noch drei Lkws in Buckel. Und da versuchen wir also auch durch Spenden, die dann sinnvoll zu beladen und die wieder zurückzuschicken. Und so gibt es auch noch einen anderen Kollegen, zum Beispiel der an der rumänischen Grenze wartet, eventuell seine Kinder, seine Frau rüberzubringen. Dort erwartet sie dann ein rumänischer Kollege von uns. Ja, harte Schicksalsschläge, die da im Moment passieren. Ja, hoffen wir, dass es so und so sehen wir natürlich auch, dass das eben Auswirkungen hat auf die Öl- und Gaspreise, auf die Rohstoffpreise, Weizenpreise sind durch die Decke gegangen. Also nicht nur der Dieselpreis, genau, nicht nur so. Und am Ende ist es dann halt eben so, am Ende trifft es die Ärmsten der Armen. Ägypten hat gerade eine Getreideausschreibung gemacht, die sie wieder zurückgezogen haben, weil diese 410 oder 420 Euro pro Tonne Weizen können sie nicht bezahlen. So, also es hat riesige Auswirkungen. Und wir müssen uns auch eben überlegen, müssen wir die Agrarwende verschieben, müssen wir nicht produzieren, weil die 50 Millionen Tonnen, die in der Ukraine exportiert werden, die kommen wahrscheinlich nicht zum Tragen, weil die jetzt nicht düngen können, nicht aussehen können oder was auch immer. Und die fehlen dann natürlich auf den Weltmärkten und die fehlen natürlich dann vor allem den armen Ländern, wo wir jetzt schon durch Corona in der letzten Zeit Versorgungsengpässe hatten. Also eine Milliarde Menschen ist nicht ordentlich versorgt in der Welt mit Getreide, mit Nahrungsmitteln. Und dann können wir natürlich nicht sagen, wir machen hier einen Ponyhof und malen uns die Welt bunt und versuchen Dünger zu reduzieren, Produktion zu reduzieren, sondern wir müssten eigentlich jetzt versuchen, mehr zu produzieren für die Welt. Nicht nur für uns, sondern einfach schlichtweg für die Welt. Und ihr seid natürlich die, die hinter den Maschinen stehen, damit ihr am Ende laufen und produzieren könnt. Ja. Ja, spannende Herausforderungen, die da auf euch zukommen. Wahrscheinlich kann man noch überhaupt gar nicht sagen, was in einer Woche los ist, in zwei Wochen, in zwei Monaten, in einem Jahr. Wir wissen es alle nicht. Gar nicht, welche Abhängigkeiten es da gibt. Wir sehen ja jetzt, die Automobilindustrie hat Kabelbäume in großen Mengen in der Ukraine produzieren lassen. Die fehlen denen jetzt. Das ist jetzt ein Beispiel, was publik geworden ist, aber viele andere Dinge, was fehlt uns demnächst, wissen wir natürlich nicht. Zufälligerweise weiß ich, dass Klaas die Kabelbäume aus der Türkei bekommt. Also die können dann wahrscheinlich weiter produzieren, aber vielleicht fehlt dann eben irgendwie eine Aluminiumkomponente oder irgendwas. Also Ukraine ist schon ein industrielles Land gewesen und das wird sich auch bemerkbar machen. In allen Bereichen. So, jetzt rutschen deine Söhne so langsam nach ins Unternehmen. Wir sprechen auch gleich. Wie fühlt sich das für dich an? Nein, das ist ein schönes Gefühl, weil das bringt ja dann auch Entlastung. Achso, Beine hoch irgendwann. Genau, Beine hoch. Ja, ja, verstehe. Nein, damit man so sagen kann, okay, da brauche ich mich jetzt nicht drum zu kümmern oder da weiß ich, das sind eben neue Aufgaben und die machen das. Und das ist also ein schönes Gefühl und natürlich auch das Gefühl, dass sie beide wollen, dass sie beide dahinter stehen, dass, ja, das so wie man sich das vorstellt und wünscht. Wer übernimmt denn welches Ressort? Habt ihr euch da geeinigt oder wie ist das gelaufen? Ja, ich würde sagen, das war eher so ein bisschen spontan. Und, ja, ich bin Verkaufsleiter hier in Norddeutschland, gucken wahrscheinlich auch ein paar Kunden gerade zu und bin dann auch noch regelmäßig in Polen unterwegs und da sind wir auch noch Landmaschinenhändler. Okay, und wie war das für euch da jetzt so nachzurutschen und so, naja, man ist ja so ein fließender Übergang. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein fließender Übergang. Wir sind hier irgendwie 100 Meter entfernt von der Firma aufgewachsen und man muss dann, darf dann irgendwie von Anfang an irgendwo in irgendwelchen Abteilungen mitarbeiten, mal in einer Werkstatt, mal ins Ersatzteillager, irgendwann dann auch mal in Außendienst, ins Ausland auch. Furchtbar interessant, mal irgendwo in China irgendwie in jungen Jahren gewesen zu sein. Und für mich war es dann eigentlich immer so, es hat immer alles furchtbar viel Spaß gemacht, tolle Mitarbeiter gehabt. Und so hat sich eigentlich nie die Frage gestellt, okay, mache ich jetzt vielleicht doch was Eigenes oder was anderes, sondern das war, ja, wie so ein fließender Übergang. Es musste so sein, aber man ist ja dann immer irgendwo der kleine Stäbke gewesen, der hier rumläuft und irgendwann ist man ja dann in einer Chefposition. Das stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor. Oder ging das immer gut? Also bei mir war das so, ich habe ja im Grundschulalter die ersten Male hier gearbeitet. Das war halt einfach so relativ einfache Tätigkeiten wie, ich weiß nicht, Schrauben sortieren, fegen, Briefe anlecken und zumachen und an Kunden versenden. Die wurden noch angelegt? Ja, ja, das war... Ich meine, ich habe heute erfahren, ihr verschickt 40.000 Pakete am Tag. Damals nicht. Können Sie schwierig werden, ne? Das war damals noch anders, war auch nicht besonders spannend, diese Tätigkeit. Das hat sich dann später aber gebessert. Also dann, bei mir war es dann so, ich habe dann ja in der Werkstatt gearbeitet, ich habe Hydraulikschläuche gepresst, dann irgendwann Gebrauchmaschinen im Buckel verkauft. Und das mache ich auch jetzt noch, also dass ich halt Abteilungen jede Woche durchlaufe, beziehungsweise mir einmal klären lasse von einem Mitarbeiter, okay, was machst du da, damit ich jede Abteilung verstehe. Und das will ich auch in Zukunft so fortführen. Machst aktuell was im Unternehmen? Zurzeit, beziehungsweise seit letztem August, bin ich für die Leitung der Baumaschinedivision von Granit zuständig. Das heißt also, dass mein Team und ich für alle Ersatzteile im Baumaschinenbereich tätig sind. Und da schalten wir dann ja auch gleich noch zu einem Top-Mitarbeiter von mir, Gesi, der diese Abteilung sozusagen oder diese Division aufgebaut hat. Da schalten wir nicht hin, da gehe ich zu Fuß hin. Okay. Der steht nämlich draußen. Wir sehen uns später wieder. Alles klar. Vielen Dank bis hierher an dieser Stelle. Und wir flitzen raus zu Gesi und gucken, ja, guck mal, da sehen wir schon, was wir da vorbereitet haben vor der Haustür. Danke sehr, heute mit Jäckchen und so weiter. So, was haben wir da stehen? Einen JCB-Radlader, neuestes Modell, würde ich sagen. Und ein Minibagger, Gesi, der Minibagger ist hier aber nur zur Zierte, oder? Nein, nicht so ganz. Ach, der steht nicht nur da zum Spaß da? Nein, der steht nicht nur zum Spaß da. Okay, alles klar. So, wir haben es eben drin gehört vom Juniorchef. Ihr macht nicht nur Ersatzteile so im Großen, ihr habt eben auch tatsächlich Baumaschinen-Ersatzteile. Richtig, wir haben... Ganz kurz, Gesi, wenn ich mir jetzt diesen Radlader anschaue und irgendwas kaputt geht, habt ihr alles da? Wir haben fast alles da. Angefangen von den Motorteilen, zum Beispiel jetzt für den 427 AG. Der hat einen Cummins-Motor. Dafür haben wir natürlich ja die Teile, sowohl in dem Bereich Filter, Elektrik, geht's im Bereich mit Batterie, dann weiter in dem Elektrikbereich, so wie Scheinwerfer und Kabinenscheiben, aber auch die Achsteile, Sitze und so weiter. Ja, Thomas, war ich eben ein bisschen zu schnell für dich draußen? War ein bisschen zu schnell, ne? Nächstes Mal gehe ich langsamer. Gut, mache ich dann. Ich bin zu schnell rausgelaufen für den Thomas, aber es macht ja nichts. Guck mal. So, also, wenn mir jetzt hier heute beim Arbeiten was kaputt geht, wenn ich dann hier euch anrufe, wie lange dauert das dann, bis ich weitermachen kann? Weil nichts nervt mehr, als wenn du mit deiner Arbeit nicht vorankommst. Im Grunde genommen direkt am nächsten Tag können die Teile direkt bei dir zu Hause sein. Bis wann muss ich dann hier angerufen haben? Bis 18.30 Uhr. Ist nicht dein Ernst? Doch, bis 18.30 Uhr können die Teile hier bestellt werden und dann bekommen sie am nächsten Morgen bis spätestens 8 Uhr, sollte sie da sein. Und du hast ja diesen Bereich, also die Ersatzteile der Baumaschinen, hast du ja quasi mit aufgebaut von der Pike. Richtig, seit 2018 sind wir mit der Baumaschine dran oder beschäftigen uns viel mehr damit. Also jetzt im vierten Jahr. Genau, das letzte, der vierte Jahr. Gibt es im Moment durch die Krisen auf dieser Welt Nachschubprobleme oder läuft noch alles relativ gut? Zurzeit läuft das relativ gut. Ja, mit Sicherheit wird es die Probleme geben. Das wissen wir. Das ist absehbar, ne? Das ist absehbar. Genauso wie im Stahlbereich mit den Verschleißteilen, die wir auch im Programm haben, wird es mit Sicherheit schon Probleme geben. Nichtsdestotrotz bemühen wir uns, da sind wir auch tagtäglich auch mit der Bestellung zugange, bekommen wir ja einen Container jetzt in Kürze. Von daher denke ich mal, dass wir sehr gut versorgt sind. Gut versorgt. Wir wollen jetzt hier nicht vom Hamstern reden oder so, aber wenn ich jetzt so einen Randlader, Bagger oder ähnliches zu Hause habe und auf den halt vielleicht auch beruflich angewiesen bin, würde es aus deiner Sicht Sinn machen, mir schon mal ein bisschen was hinzulegen, Filter oder irgendwelche Verschleißteile, was würdest du da sagen? Filter auf jeden Fall. Das sind ja jährliche Inspektionen, die gemacht werden sollten oder müssen. Öl sollte auf jeden Fall da sein. Auch gewisse Sachen wie Beleuchtung zum Beispiel bei einem Arbeitsscheinwerfer oder einem normalen Scheinwerfer oder halt auch eine Rückleuchte, weil das ist eine zugelassene Maschine. Wenn man immer auf der Straße verkehrt ist, sollte man die schon zu Hause haben. Gut, okay. Haben wir das Prinzip verstanden, oder? Wo ist es? Wolltest du mir noch was über den Minibagger sagen oder ist er doch nur Zierde? Nein, das ist nicht nur Zierde. Wir haben für den Minibagger tatsächlich hier auch die Schaufel, wie man vorne sieht. Das ist aus unserer eigenen Produktion, also eine Granitschaufel. Welche Schaufel jetzt? Ich sehe drei. Ja, es ist einmal den graben Räumlöffel und dann haben wir zwei Tieflöffel hier. Dann geht es in den Bereich Schnellwechselsystem von Lehndorf und von Granit. Die haben wir abgeladen. Moment mal, das sind eure eigenen Schaufeln? Ja, das sind unsere eigenen Schaufel. Stellt ihr selber her? Die lassen wir selber herstellen, genau. Schauen wir doch. Das ist eine Granitschaufel. Nicht schlecht. Okay, aber hier so ein Kettensystem oder sowas nicht? Die Gummiketten sind ablagerlieferbar. Auch? Die haben wir auch ablagerlieferbar. Genauso wie ein Arbeitsstandwerfer, den man hier vorne sehen kann. Der ist neu. Seht sofort. Der ist relativ, der ist ja ganz neu. Da ist eine neue Maschine. Die kommt übrigens von unserem Kollegen aus Gartenland in Säven, wo wir auch die Maschinen vertreiben. Da kommt die Maschine her. Putzt ihr die gut oder ist die wirklich neu? Die ist neu. Alles klar. Die ist bereits noch verkauft. Aber wir haben noch andere Maschinen, die man auch kaufen kann. Kann man heute nicht mehr kaufen? Nee, wir können natürlich eine Ausnahme machen, mit Sicherheit. Für wen jetzt? Für mich oder was? Für dich, ja klar. Wenn du die kaufen willst. Nee, ich habe vor drei Jahren einen Teich ausgebaggert. Da hättest du kommen können mit dem. Aber da hätten wir auch den hier gebraucht. Dann hättest du dann natürlich auch, wir brauchst du den eher da hin und her zu verschieben. Nee, hör bloß auf. Das war ein Heidenspektakel. Der Kollege mit diesem Atlas-Riesen-Bagger ist in diesen Teich gefahren und der war nicht klein und hat den ausgebaggert und hat sich festgefahren. Dann musste ein Kollege kommen mit so einem Radlader. Will den rausziehen? Hat nicht gereicht. Zum Glück bei uns auf dem Dorf hat noch einer so einen Radlader. Haben sie den mit zwei Radladern wieder rausgezogen. Und ich stand hinten drin mit dem Mini-Bagger und er hat gesagt, der Pole, ne? Ihr macht woran, Sven, mach woran. Ich habe noch nie so ein Ding bedient, ne? Und ich musste immer den Schlamm nach vorne schieben. Aber gut, ich komme ab vom Thema. Gut, ihr zwei. Geh sie ihm. Vielen Dank. Vielen Dank auch von deiner Seite. Ja, natürlich. Ihr fahrt jetzt beiseite. Wir fahren die Geräte jetzt weg. Und es kommen neue Geräte angefahren. Richtig? Jawohl. So. Hört man das, wie leise der ist, Thomas? Guck mal, was das für ein Riesenradlader ist. Wie leise der ist. Da ist ja der da hinten, der Häcksler, schon lauter, der da an die Schüssel kommt. Hast du den schon an? Läuft der elektrisch oder was? Ne, aber bald, wa? Man hört ja nichts. So. Da kommen zwei ordentliche Brecher jetzt auf uns zu. Und ich meine die Fahrzeuge, nicht die Fahrer und Fahrerinnen. So, das sind zwei Maishäcksler, wie wir sehen. Einmal alt, einmal neu. Das hier ist der ganz neue von Klaas. Ach, ne, falsch, falsch. Sehen wir, ne? 1983. Und das ist, der ist laut. Der ist laut. So, das hier ist hier Baujahr. Der ist auch so leise. Baujahr 2021, Baujahr 1983 und der Häcksler gehört Maria Henkemeyer. Ja, richtig. Maria, meine Güte. Wieso interessierst du dich für so einen Maishäcksler? Also man könnte ja jetzt mal sagen, einen schönen Fiat 500, einen kleinen Kiefer, was auch immer. Nein, es muss ein Maishäcksler sein. Es muss ein Maishäcksler sein, genau. Oh, wo bist du? Ja, ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe auch Landmaschinenmechanik hingelernt. Und ja, spätestens da dann die, ja, das Herz an alter eckiger Landtechnik verloren. Es muss richtig rummeln da oben, es muss wackeln. Es muss richtig rummeln in den Hubraum, genau. Es muss laut sein. Genau, Krach machen. Hast du so ein paar Eckdaten über den Hubel? Ja, 14,6 Liter Hubraum hat er, ist ein Achtzylinder, ist ein Mercedes. 14,6 Liter Hubraum. So, wir mal gucken. Kannst du auch mal? Na klar. Ach, guck mal. 14,6 Liter Ware Liebe. Eieiei, der sieht doch noch richtig gut aus. Hat er nur zweieinhalbtausend Trommelstunden, also das meiste hat er noch nicht getan. Und jetzt hat er seine Rente bei uns. Kümmerst du dich auch? Muss ich ja, ja. So ein alter Häcksler ist ein never ending story. Irgendwas hat er immer. Ja, ne, ne, wem erzählst du das? Also, du arbeitest aber auch bei Granit? Genau, ich bin bei Granit im Außendienst, bin also bei mir im Bezirk für die Landmaschinenhändler und die Werkstätten zuständig. Und kümmere mich um die, wenn die, ja, irgendwas auf dem Herzen haben, irgendwas brauchen, wenn irgendwas nicht klappt, wenn was klappt, eigentlich, ja, alles. Ja, aber du brauchst ja auch manchmal was. Es ist ja, wie wir gerade gesagt haben, es ist immer was zu klappen. Es ist eine never ending story. Was hast du aktuell für ein Problemchen? Nur ein kleines Problemchen im Moment noch, der Hydraulikschlauch ist undicht. Der Hydraulikschlauch. Genau, die Verpressung. Jetzt sind wir ja bei Granitparts. Richtig. Da gibt es Ersatzteile für Baumaschinen und auch für landwirtschaftlich genutzte Maschinen. Genau, für alte Landtechnik. Genau. Und wie so ein Hydraulikschlauch da angepasst, gepresst und gemacht wird, das gucken wir uns gleich an. Richtig, genau. Vorher habe ich ja erfahren, dass, mein Trecker ist ja auch relativ bekannt. Die Brunnhilde. Ja, aber dein Häcksler hat ja auch hier bei der Profi-Zeitschrift einen kleinen Auftritt gehabt mit Fotos und so weiter und da wurde auch gefilmt. Richtig, ja. Und das schauen wir uns jetzt mal dem direkt an. Genau. Wir machen jetzt ein kleines Interview erstmal mit der Häckslerfahrerin Maria. Ja, Gott sei Dank haben wir heute auch ein bisschen weibliche Power dabei mit einem schönen Häcksler. Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr alles an dem Häcksler gemacht? Also es war jetzt so, dass mein Papa ist vor fünfeinhalb Jahren gestorben, da haben wir gesagt, okay, gut, wir machen den Häcksler wieder fertig und sind da vielleicht ein bisschen sehr planlos an die Sache rangegangen und haben erstmal alles auseinandergerissen und es ist jetzt wirklich eigentlich fast alles neu. Also alle Öle, Filter, Lagerungen, der Turm ist aus Edelstahl jetzt gekommen, der Beschleuniger ist neu, die Wellen sind neu. Eigentlich fast alles. Also normalerweise kann nichts mehr passieren. Ja, die Arbeit lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja, auf jeden Fall. Also der Häcksler, der steht ja auch noch super da. Habt ihr den denn damals neu gekauft oder hast du den erst? So hat dein Vater den erst später bekommen. Den haben wir, also der ist Baujahr 83, also einer von den ersten Hexionatern. Der hatte damals noch einen Reibbogen. Dann haben die damals dann einen Kornträcker nachgerüstet und der war als Vorführer bei uns auf dem Betrieb und Papa hat sonst viel im Lohn gemacht. Dann haben wir ihn einfach behalten. Hat es gut gemacht und behalten, ja. Und ich hab gehört, ihr hattet noch einen ganz schönen Marathon jetzt vor diesem Event. Du hattest dich komplett auseinandergebaut, oder? Ja, also es war wirklich echt eine knappe Geschichte. Und also ganz, ganz lieben Dank auch an die Jungs, die wirklich Nächte mit mir da verbracht haben in der Werkstatt. Und da ist ziemlich viel Bier und Nerven und Herzblut reingegangen. Aber er läuft, es klappt, es funktioniert. Super, Maria. Dann freuen wir uns gleich auf deinen Einsatz. Danke. So, und gleich geht es an den Hydraulikschlauch für Maria. Simon, komm mal bitte kurz mit. Boah, hui. Das war ein langer Weg hierher, aber ein cooler. Da drin ist so laut, dass man sich nicht unterhalten kann. Simon, was macht ihr da drin? Da prüfen wir Einsprusspumpen. Also nach erfolgter Instandsetzung werden da Einsprusspumpen überprüft, eingestellt. Wir bekommen die aus eigentlich ganz Europa, so 20 Stück am Tag. Und wenn sie repariert werden, müssen sie danach justiert werden. Und wenn so eine Einsprusspumpe richtig im Eimer ist? Richtig im Eimer ist eigentlich, solange man irgendwie reparieren kann, solange man Teile kriegt, kann man reparieren. Wenn man Fehler findet, kann man reparieren. Und das macht ihr da? Das machen wir auch. Also eigentlich komplett im Eimer gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Und zur Not kriegt man ja irgendwo über befreundete Bosch-Dienste ja doch überall noch irgendwo was her. Also eine Lösung gibt es eigentlich immer. Pass mal auf, wenn das mit den Rohstoffen und so weiter immer so weiter geht, dann kommen wir da wieder hin, dass wir uns immer, dass wir alles repariert, nicht mehr weggeschmissen. Das ist gut, ne? Das ist super. Gut. Danke, ich, du kannst weiter, danke dir, Einsprusspumpen reparieren und einstellen. So, wir sind jetzt bei Ludger, Ludger Passmann. Ludger, du bist der Mann für die Schläuche, also für die Hydraulikschläuche. Was ging es da jetzt zu lachen? Verstehe ich nicht. Du bist der Mann für die Hydraulikschläuche, das ist dein Arbeitsplatz. Komm du mal bitte hier rüber. Moin. So, Maria. Wir hatten jetzt bei dir die Problematik. Genau. Brauchst du einen neuen Schlauch? Ich brauche einen neuen Hydraulikschlauch. Er ölt. Er ölt. Wie funktioniert das dann? Was machst du hier? Genau. Wir pressen jetzt für Maria einen neuen Hydraulikschlauch. Die Maria hat den Schlauch ja bei uns bestellt. Das ist möglich über den Hydraulikschlauchkonfigurator im Webshop oder man kann ihn telefonisch bei uns bestellen. Und das ist möglich bis um 16.30 Uhr. Fertigen wir die Schläuche und verschicken die dann per Nachtversand zum nächsten Morgen. Was muss ich denn da jetzt wissen? Ich sehe an meinem Schlepper, Hydraulikschlauch ist undicht. Was braucht ihr denn dafür Angaben? Genau. Ich brauche einmal die Angabe, also auf jedem Hydraulikschlauch ist die Angabe drauf. Das ist ja mal DN10, 3,8 Zoll, also die Größe des Hydraulikschlauchs. Dann brauche ich die Angabe, habe ich eine Überwurfmutter, habe ich ein Außengewinde, die verschiedenen Gewindearten. Und dazu haben wir auch ein Hydrauliklineal, wo man die verschiedenen Gewinde mit identifizieren kann. Und bei uns im Webshop, im Hydraulikschlauchkonfigurator, kann der Kunde sich auch individuell den Schlauch zusammenstellen. Also wir sind jetzt hier quasi im Hydraulikschlauchkonfigurationszentrum. Du bist der Chef des Ganzen. Frage von mir nur so ganz banal, macht man das den ganzen Tag mit einem weißen Hemd? Nein, das natürlich nicht. Aber Norbert ist auch hier gerade da, der Norbert, der presst bei uns die Hydraulikschläuche, Norbert Engelke. So, mit Blaumann. Der Norbert kann gerne noch dazukommen. Öl verschmiert, so muss er... Komm mal her Norbert, ist das so mit Blau oder ist das alles Öl verschmierter? Das ist Öl und Schmau. Ja genau, so stelle ich mir das auch vor. Ich war etwas... Der Norbert presst bei uns die Hydraulikschläuche. Ich war etwas verwirrt, weißt du? Richtig, ganz genau. Aber dann zeig uns doch mal, wie das funktioniert. Genau, es ist eigentlich ganz einfach. Wir werden einmal, den Schlauch haben wir schon vorbereitet für Marias Lenkung. Der wird einmal gereinigt. Wir schießen jetzt hier ein Projektil dadurch, um die Gummi-Reste aus dem Schlauch herauszubekommen. Und hier wird dann dieses Projektil mit dem durchgeschossen. Was hast du da jetzt durchgeschossen? So ein Projektil mit dieser Pistole. Das ist wahrscheinlich genauso groß wie der Schlauch, damit dann nichts dazwischen ist. Und hier wird dann der Schlauch gereinigt. Also vom Schneiden her sind Gummi-Reste. Und diese Gummi-Reste will man natürlich nicht im Hydrauliksystem haben. Die sind dann nachher in den Steuergeräten drin oder im besten Fall im Filter. Und dann geht die Hydraulik nicht mehr an der Brunnhilde. Das ist natürlich auch nicht schön. Ich glaube, ich habe noch nie irgendeinen Hydraulikschlauch bei Brunnhilde gewechselt. Wechseln müssen? Ne, wurde gewechselt. Sehr gutes Material. Ja, wenn wir ja, ne? Ja. Macht man das öfter? Ja, also es ist wirklich so, die Berufsmassenschaft sagt, nach sechs Jahren Einsatzdauer muss ein Hydraulikschlauch gewechselt werden. Gerade Land- und Baumaschinen, ne? Genau, nach sechs Jahren soll man das wechseln. Es kann durchaus sein, dass er bei mir 60 Jahre, aber ich weiß es nicht genau. Okay. Sollen wir einfach mal einen Schlauch pressen für Maria? Ja, ja, ja. Genau, dann werden wir das einfach mal vorführen. Wir brauchen dazu eine Presshülse, die ist auch markiert. GP für Granitparts, 0322, also März 2022, haben wir den Schlauch hergestellt. Und das ist dann 330 Bar. Das ist dann der Betriebsdruck der Schlauchleitung, der maximale Betriebsdruck. Also das steht alles hier vorne auf der Hülse? Auf der Hülse eingraviert, genau. Dann kann ich richtig schlau schwätzen, wenn ich jetzt beim Nachbarn einen Schlepper gehe und sage, lass mal gucken. Ach, guck mal, der ist von Granitparts und so weiter, von dann und dann. Ich kann nicht den identifizieren, aber ich zeige euch gleich noch ein bisschen mehr, wie man das auch im Webshop schön eingeben kann, bei uns im Konfigurator. Warst du jemals in dieser Abteilung, Maria? Ja, genau. Ich war zur Einarbeitung hier, war mit den Jungs an den Einspritzpumpen und habe auch Hydraulikschläuche gepresst. Das ist ja Bescheid, Juniorchef auch, irgendwie müssen alle hier bei Granit... Einmal durch die Hydraulikabteilung durch. Einmal durch die Hydraulikabteilung gepressen. Es ist ja unfassbar. Okay, ja. Und dann haben wir den Schlauch herangestellt. Wir haben auch... Stehe ich hier sicher oder was? Alles gut, da passiert nichts. Wir bieten auch die Hydraulikschlauchpressen an. Das ist jetzt die G20 für unseren... Das ist eigentlich die gängigste Maschine für unseren Lammmaschinenhändler. Für den mobilen Service haben wir auch die G16 im Einsatz. Die kann man mit ins Servicefahrzeug nehmen. Ja, und dann wollen wir einfach mal den Schlauch pressen. Ich komme jetzt einmal von der Seite, so dass ich das sehen kann. Und dann wird einfach hier das Pressmeister eingestellt. Die Maschine schaltet automatisch ab. Und dann habe ich hier die Pressung fertig. Und jetzt die andere Seite. Jetzt weiß ich, warum das alle bei Granit machen müssen. Weil es so einfach ist. Genau. Und das war es schon. Und fertig ist Marias Hydraulikschlauch für Schnubi. Das ist doch dein Häcksler. Schnubi heißt der auch noch. Hier, dann kannst du hier den, kannst du den, das ist jetzt hier, den kannst du haben. Wenn er jetzt in sechs Jahren getauscht werden soll, dann gebe ich diesen Code im Konfigurator ein. Das ist dann ein 10er Schlauch, 500 lang und dann K09. Okay, genau. Hier kann man das sehen. Ein 10er Schlauch, 500 Millimeter lang und dann jeweils die Armatur K09, K09, damit können wir den identifizieren. Und im Webshop eingeben und dann kann ich ihn in sechs Jahren wieder nachbestellen. Das ist alles. Gut. So, jetzt noch einmal eine Prüfung. Das ist alles Nippeleinfall, die Qualitätsprüfung. Maria, wir müssen nicht auf alle Wörter hier eingehen. Genau, der Pressnippeleinfall wird geprüft als Qualitätsprüfung. Das Schlauch ist. Und dann wird ja nochmal verschlossen. Wahrscheinlich wird hier bei Granit heute Abend nach der Sendung für mich noch ein Test geschrieben. Ob ich wiederkommen darf, dann muss ich den drauf haben. So, jetzt ist es auch schön verschlossen, damit wir keine Verschmutzung eintragen in deinen Häcksler. Und bitteschön. Wie hieß es nochmal? Schnubi hieß es auch. Nee, der Nippeleinfall. Pressnippeleinfall. Pressnippeleinfall. Gut. Puh, das muss ich mir merken. So, meine Damen und Herren. Warum machen wir das hier alles? Wir machen das für euch zu Hause. Wir machen das für Kunden. Wir machen das aber auch für die ganze Familie. Und man ahnt es ja nicht. Es sind Außendienstmitarbeiter von Granit unterwegs. Und gucken dieses Live-Event mit Kunden zusammen. Und Granit schickt seine Leute nicht einfach so los. Nein. Da wird ein Knabberpaket rausgeschickt. Und da wurden insgesamt mal eben so 25. Habt ihr 25 Liter Bier immer mitgeschickt? Also 5 mal 5 Liter. Ja, da würde ich den Herrn von Granit aber sowas von die Tür aufmachen. Und so wird überall im Norden, in Europa und es wird sogar in der Schweiz geschaut. Und wir schalten jetzt mal rüber zu Gebietsleiter Matthias Lambrecht. Ich sage Servus, Grüezi und Hallo Matthias. Grüezi miteinander. Hallo zusammen. Hallo. Viele Grüße aus der Schweiz. Ich bin hier bei der Firma Eberhard in der Nähe vom Flughafen Zürich-Ploten. Genau. Und bei mir ist Sebastian, der Werkstattleiter der Firma plus der Chef der Silvan. Und wir haben hier einige Baumaschinen hier. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Wir verbringen einen lustigen Feierabend hier mit Direktübertragung. Genau. So. Plus das Team hat auch eine gute Zeit. Hallo. Prost. Genau. So schaut das aus bei uns. Sebastian, vielleicht wenn du mir noch sagen kannst, die Firma Eberhard ist seit zwölf Jahren Kunde bei uns. Granit Parts. Was für Teile beziehst du vor allem bei uns? Ja, das sind ganz verschiedene Teile. Das geht über Hydraulik, Pneumatik, Gleisteile. Jetzt neu auch von der Baumaschinenabteilung. Scheiben zum Beispiel, Bolzen. Kabinenscheiben, genau. Das sind so die klassischen Sachen, die auch mal ein Anlasser von Bosch herumgeschlüsselt werden kann. Und die Show verteidigt. Aber es geht quer. Genau. Das sind alles diese Teile, die man bei uns ordnen kann und leicht findet über den Webshop. Bei uns direkt. Übers Internet. Genau. Dann habe ich den Silvan bei mir. Heute haben wir das Ganze unverhofft. Am Morgen haben wir noch nicht gewusst, dass wir hier stehen. Das hätte ich auch nicht. Sonst hätte ich noch meine Haare gehalten. Genau. Erzähl uns doch ein bisschen noch etwas über die Firma Eberhardt. Was macht ihr genau und wie seid ihr da unterwegs? Ja, die Firma Eberhardt ist der Pionier in Bau und Umwelt. Wir sind im Rückbau, Tiefbau und in den Altlast-Sanierungen unterwegs. Auch Baustoffe ist zu einem Riesenthema geworden. Der Begriff Urban Mining haben wir über Jahre geprägt. Das Baustoffrecycling ist ein ganz großes Thema. Wir haben da eine riesige Anlage gebaut letztes Jahr. Unser Ebimik, wo wir Mischabbruch aufbereiten. Und unsere Vision ist, dass ein altes Haus, das zurückgebaut wird, wieder auch das neue dann wieder aus den Steinen vom alten Haus gebaut wird. Sehr spannend und hat sicher ein Riesenzukunftsthema, dass wir keine Wertstoffe verlieren dadurch. Genau, ja. Kann ich kurz dazwischen gehen? Kannst du mich hören, Matthias? In der Kreislaufwirtschaft, das ist wirklich unser Thema. Da sind wir auch führend, würde ich sagen. Und wir betreiben auch eben unsere eigene Baumaschinen-Werkstatt, unsere eigene LKW-Werkstatt, wo wir unsere Fahrzeuge unterhalten und dass sie immer in einem Trock-Zustand sind. Genau, mit Teilen von Granit selbstverständlich. Matthias, kannst du mich hören? Ja, klar kann ich mich hören. Ach, wunderbar. So, jetzt erst mal hier gleich mal die Frage an deinen Kunden. Sind die 25 Liter Bier angekommen? Genau, Sven fragt uns, ob die 25 Liter Bier angekommen sind. Ich kann da mal eine Schaltung machen. Ich schalte mal meine Kamera um, dann kannst du sehen. Ach, guck an, du! Das gibt es doch gar nicht. Bier ist angekommen. Jawohl. Nicht schlecht. So wie es scheint, schmeckt es auch. Kannst du generell mal einschwenken durch die Halle machen? Oh, hier mit dem Kilo und so. Das Schweizer Kreuz darf natürlich nicht fehlen. Matthias, schwenk mal einmal rum, was wir so alles zu sehen kriegen. Da haben wir einen Grader, der da steht. Aha, schau an, du. Dann haben wir da die große Baumaschinenhalle. Mit dem Volvo-Dumper. Genau, da hinten geht es noch weiter. Also ich würde sagen, ihr habt das da ganz fantastisch gemacht. Das gibt fast hier so, wie so bei Wetten, dass Außenschalte. Hat mir gut gefallen. Ich nehme mal an, dass wenn ihr jetzt runter seid vom Schirm, dass du dich wahrscheinlich gleich direkt mit an diesen Tisch setzt. Kann das sein? Genau. Ja, das habe ich mir gedacht. Da liegst du komplett richtig. Gut, dann sagen wir schöne Grüße an dieser Stelle in die Schweiz. Vielen Dank und macht es euch nett. Dankeschön. Tschüss, Sven. Tschüss. Viele Grüße aus der Schweiz. Jawohl. So, ich stehe hier mit Henrik. Henrik Müller, du bist der Mann für die Batterien. Das ist unser nächstes Thema. Landwirtschaft wird immer digitaler. Die Batterien werden immer wichtiger. Wir merken das ja überall. Du hast uns ein bisschen was mitgebracht. Führ uns mal ein. Also ich sehe jetzt hier Batterien von Vata. Ich sehe eure eigene Linie. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, warum habt ihr nicht nur eure eigenen Batterien? Ich habe ja sogar eine in Brunhilde, die schon seit Ewigkeiten hält, muss ich sagen. Vertreibt ihr beide? Genau, wir vertreiben beides. Der Kunde kann bei uns wählen, ob er die Vata-Batterie oder die Granit-Batterie haben möchte. Bei Vata hat man einfach noch mehr Sortiments Tiefe. Mit dem Granit haben wir die Renner-Artikel. Und dann in der Regel auch zu einem attraktiveren Preis. Und so kann der Kunde eben wählen. Worauf habe ich denn aktuell zu achten, wenn ich eine Batterie brauche? Man muss darauf achten, dass man die richtige Batterie für die richtige Anwendung hat. Es gibt eben Fahrzeuge, die haben viele zusätzliche Stromverbraucher, wie zum Beispiel sehr viel Zusatzbeleuchtung oder auch Standklimaanlagen. Da muss die Batterie dann eben nicht mehr nur für den Start reichen. Und dann kann man eben auch zwischen verschiedenen Batterietechnologien wählen. Du hast uns jetzt hier aber Starter-Batterien mitgebracht, ne? Ja, genau. Das sind Starter-Batterien. Ohne Flax, ich habe es noch nicht geguckt. Ich meine, das ist ja die Größe, die ich an meinem alten Schlepper Brunhilde habe von 1957. In einem neuen Schlepper aus diesem Jahr. Die sind doch viel größer, oder nicht? Ja, es gibt verschiedene Größen, aber es kommt eben nicht nur darauf an, sondern auch auf die richtige Technologie. Weil heute muss die Batterie eben nicht nur den Strom für den Start bringen, sondern eben auch oftmals für zusätzliche Anwendungen. Und deswegen gibt es die SLI-Technologie. Das ist die normale Starter-Batterie. Die ist wirklich optimiert für eine ganz normale Start-Anwendung. Du hast auch hier Batterien mitgebracht, die aufgeschnitten sind. So etwas sieht man ja jetzt auch nicht alle Tage. Kannst du uns das mal so ein bisschen erklären? Ja, komm mal rum. Genau. Also das hier ist die ganz normale Starter-Batterie. Hier in der Mitte haben wir die EFB-Batterie. Die hat EFB steht für Enhanced Flooded Battery. Das ist also weiterhin eine Nassbatterie. Die Säure ist immer noch flüssig in der Batterie. Aber die hat zwei zusätzliche Merkmale. Die hat einerseits ein Mischelement, das die Bewegung des Fahrzeugs nutzt, um die Säure ständig zu durchmischen. Damit sich die Säure nicht schichtet, wenn die Batterie entladen wird. Das Problem ist nämlich dann, wenn die Säure sich schichtet durch Entladung in einen Bereich mit mehr Dichte und einem Bereich mit weniger Dichte, dann schädigt der Bereich mit weniger Säuredichte die Bleiplatten. Da gibt es einen Prozess, der nennt sich Sulfatierung. Der führt dazu, dass die Bleiplatten eigentlich aufgelöst werden. Das sieht so ähnlich aus, als ob die rosten. Und wenn es ganz weit fortschreitet, dann bröckelt das Material sogar runter und ist nicht mehr nutzbar. Aber das muss ich nicht alles wissen, wenn ich eine Batterie brauche oder kaufe. Oder macht das schon Sinn, dass ich da so ein bisschen Background habe? Das muss man nicht alles wissen. Man muss nur eben wissen, dass es eben die verschiedenen Technologien gibt. Also einerseits hat man die normale Starterbatterie, dann hat man die EFB, die eben die Säure durchmischen kann. Das macht vor allem dann Sinn, wenn man ein Fahrzeug hat, was regelmäßig genutzt wird. Dann kann man die Vorteile da voll ausschöpfen. Wenn man ein Fahrzeug hat, was oftmals nur kurz läuft nach dem Start. Wenn bei der normalen Batterie die Aufladezeit nicht ausreichen würde, hat die EFB eben den Vorteil, dadurch, dass die Säure ständig durchmischt ist, kann man schneller wieder aufladen. Und man kann auch in niedrigem Ladezustand besser starten, weil die Ladung auch überall in der Batterie verteilt ist und entsprechend von jedem Punkt auch rausgeholt werden kann. Das verstehe sogar ich. Und was ist mit der dritten hier? Das ist die AGM-Batterie. Da ist der große Unterschied, dass die Säure gar nicht mehr flüssig in der Batterie ist. Hier kann man sehen, dieses weiße Vlies, das wirkt dann wie ein Schwamm, der die ganze Säure eben in sich aufnimmt. Man hat also gar keine Flüssigkeit mehr in der Batterie. Und damit kann es gar nicht mehr zu dieser Säureschichtung kommen, weil die Säure durch den Schwamm immer an der richtigen Stelle an der Bleiplatte gehalten wird. Das heißt, wenn ich ein Fahrzeug habe, was ich regelmäßig nutze, aber vielleicht zu kurz nach dem Starten, dann sollte ich auf eine EFB gehen. Wenn ich ein Fahrzeug habe, was ich auch mal längere Zeiten gar nicht nutze, dann sollte ich sogar die AGM nehmen, die eben den Vorteil hat, dass die Säure sich nie schichten kann. Du, oder? Aber ich rufe einfach bei dir an, bei Hendrik Müller hier bei Granit. Da könnt ihr anrufen und dann könnt ihr sagen, ja, ich mache immer nur ganz kurz an. Und dann habe ich aber auch schon die Schnauze voll. Was brauche ich denn für eine Batterie? Könnte man auch machen. Oder? Könnte man auch, genau. Könnte man auch machen. Gut. Vielen Dank für diese kleine Batterieeinweisung. Aber diese Batterien müssen sich natürlich beweisen. So, und das ist eben, tja, an außergewöhnlichen Orten natürlich auch ein Härtetest. Und dass so eine Batterie auf der Zugspitze in Deutschlands höchster Werkstatt, in der höchstgelegenen Werkstatt, Deutschland streichen wir mal, in der höchstgelegenen Werkstatt, dass die ordentlich was leisten muss, das können wir uns wohl vorstellen. Besonders viel Spaß an dem Beruf macht man, dass kein Tag wieder ein anderer ist. Und dass man jeden Tag so nimmt, wo es wieder ist und das Ganze auch mit der Natur miteinander machen kann. Und da sich jeden Tag neu einstellen muss drauf. Wir haben hier im Skigebiet zehn Pistenraupen laufen. Meine Aufgabe ist, mit meinen Kollegen die Maschine zum Warten und am Laufen zu halten. Der normale Gast kriegt eigentlich den Aufwand, was hinter so einer Skipisten steht, nicht wirklich mit. Das ist natürlich für uns ein großer Ansporn. Wir müssen unsere Pisten immer perfekt hinzaubern. Das ist natürlich auch nicht immer einfach, weil die Witterungsverhältnisse, was halt noch auf der her, schon ein bisschen anders sind, wie woanders. Wir haben ziemlich starke Windverhältnisse und eben ja tiefe Temperaturen. Wir sind an einem sehr abgeschiedenen Platz von Deutschland. Wir können nicht schnell irgendwo im Tal ein Ersatzteil kaufen oder uns besorgen. Und dementsprechend sind wir einen hohen Standard an unseren Ersatzteilen, die wir verbauen. Weil einfach das Problem ist, wenn die Maschine liegen bleibt, dann ist das oft einmal nicht beim schönen Wetter, sondern man steht im Schneesturm bei minus 20 Grad. Wir setzen seit guten zwölf Jahren auf die Firma Granit, weil die Granit eine riesen Auswahl an verschiedensten Teilen hat. Und wenn ich am Tag davor bestelle, habe ich es am nächsten Tag am Berg, dass wir die Maschinen schnell wieder zum Laufen kriegen und somit wieder einsatzklar sind für den nächsten Tag. Es ist für uns ein Vorteil, dass man da auch immer Experten an der Hand hat, die einen unterstützen, wenn man mit manchen Sachen jetzt technische Fragen hat, die abgeklärt werden können im Vorfeld. Und das bringt uns sehr schnell weiter. Ich bin der Rach Reini, bin Werkstattleiter auf der Zugspitze und bin da für die Wartung vor dem ganzen Fuhrpark zuständig. Ich bin der Rach Reini. . Besonders viel Spaß an dem Beruf macht man, dass kein Tag wieder ein anderer ist. Und dass man jeden Tag so nimmt, wo es wieder ist. Und das Ganze auch mit der Natur miteinander machen kann und da sie jeden Tag neu stellen muss drauf. Wir haben hier im Skigebiet zehn Pistenraupen laufen. Meine Aufgabe ist, mit meinen Kollegen die Maschine zu warten und am Laufen zu halten. Der normale Gast kriegt eigentlich den Aufwand, was hinter der Skipiste steht, nicht wirklich mit. Das ist natürlich für uns ein großer Ansporn, nämlich unsere Pisten immer perfekt hinzaubern. Ist natürlich auch nicht immer einfach, weil die Witterungsverhältnisse, auf der her schon ein bisschen anders sind, weil woanders. Wir haben ziemlich starke Windverhältnisse und eben ja tiefe Temperaturen. Wir sind an einem sehr abgeschiedenen Platz von Deutschland. Wir können nicht schnell irgendwo im Tal ein Ersatzteil kaufen oder uns besorgen. Und dementsprechend sind wir einen hohen Standard an unsere Ersatzteile, die wir verbauen. Weil einfach das Problem ist, wenn die Maschine liegen bleibt, dann ist das oft einmal nicht beim schönen Wetter, sondern man steht im Schneesturm bei minus 20 Grad. Wir setzen seit guten zwölf Jahren auf die Firma Granit, weil die Granit eine riesen Auswahl an verschiedensten Teilen hat. Und wenn ich am Tag davor bestelle, habe ich es am nächsten Tag am Berg, dass wir die Maschinen schnell wieder zum Laufen kriegen und somit wieder einsatzklar sind für den nächsten Tag. Es ist für uns ein Vorteil, dass man da auch immer Experten an der Hand hat, die einen unterstützen, wenn man mit manchen Sachen jetzt technische Fragen hat, die abgeklärt werden im Vorfeld. Und das bringt uns sehr schnell weiter. Ich bin der Rach Reini, ich bin Werkstattleiter auf der Zugspitze und bin da für die Wartung vor dem ganzen Fuhrpark zuständig. So, von der Zugspitze sind wir wieder zurück in Heslingen bei der Firma Granit Parts. Und bei mir sind Christian Kahrs, du bist Produktmanager. Du hast immer einen Akkuschrauber unter der Hand, sehen wir schon, oder einen Schlagschrauber. und Kino Veitsch. Das kann doch schon wieder alles nicht wahr sein. Ja, doch klar, Mann. So lange her haben wir uns das letzte Mal gesehen, ne? Ja, das ist schön, aber das war Spätsommer, ne? War deutlich wärmer, muss man sagen. Was machst du heute hier? Also ich weiß ja, ich habe dich an deinem geheimen Ort besucht. Du hast eine geheime Schrauberbude, so sag ich es mal. Du hast einen anderen Namen da. Kino Playground. Soll auch keiner weiterhin wissen, wo das ist? Nö, genau. Das ist so ein klein Ding. Ja. Gut, wir haben da drin gefilmt. Das erste, was mir aufgefallen ist, Granitschriftzug hinten an der Wand. Und der Kerl hat Werkzeug vom Allerfeinsten. Das kann man schon mal so festhalten. Ist so. Also ich bin, ja sag ich mal bei Granit Parts seit der Black Edition halt von Anfang an mit dabei. Genau. Wir verdecken ja das allerbeste. Kann man das ein bisschen nach vorne schieben hier irgendwie mal? Oder ist hier eine Bremse drin? Warte mal. Dreh mal so ein bisschen rum das Ding. Okay. Also du hast Erfahrung mit dem Werkzeug? Welche? Ja. Nur positive. Ohne Scheiß. Also ich habe den großen Kasten, den weiß noch, den großen. Kennst du das? Den habe ich ja. Jetzt habe ich sie. Mach die Schublade auf, kannst du, wie Besteck, ne? Ja, genau, genau. Wenn du hier so reinguckst, ist alles schön geordnet, ne? Ne, guck mal, hier sind ja schon fast Flecken. So was hat man ja bei dir noch gar nicht gesehen. Also das ist ja... Nein, aber es passt einfach, ne? Also ohne Scheiß, jeder liebt es. Ja, ne? Wenn du reinkommst, zweite Schublade, das ist immer so. Sag mal, Leute, da wurde noch nicht eine Schraube mit rangezogen, oder was? So sehen unsere Werkzeuge selbstverständlich immer aus. Sven, du warst das Keno, du hast die Werkzeuge bei dir am Einsatz. Wir legen einfach auf Qualität höchsten Anspruch. Unsere Werkzeuge laufen durch alle Tests. Wir sind froh, dass wir Kunden haben wie Keno, die dann auch wirklich unsere Werkzeuge im täglichen Dauereinsatz haben. Seit 2019 sind wir damit unterwegs. Keno war damals bei der Premiere, auch für ARK Technica mit dabei. Und seitdem starten wir da wirklich mit durch. Aber ich muss ja mal ehrlich, man kann ja auch ein bisschen bekloppt werden, ne? Ich habe auch einen richtig schönen neuen Werkzeugkasten. Und wenn ich damit was gemacht habe, ich mache alles sauber. Ja, mit Bremsenreiniger, oder? Ja, bevor das wieder in den Kasten kommt. Ja, natürlich, muss. Besteck zu Hause. Oh, jetzt geht das so. Junge, hört man noch was? Geht das noch? Geht der Ton noch? Hier, Frage in die Regie, Thomas. Ja, alles da. Sag mal, wenn du so mit dem Werkzeug von Granit umgehst, wie hier mit der Technik. Das passiert nichts. Okay. Christian, das neue Ding ist natürlich, alles läuft über Akku. Genau. Akku ist natürlich das große Thema. Wir sehen es bei E-Mobilität. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben unser Werkzeugsortiment nacheinander aufgebaut. Wir haben 2019 mit Handwerkzeugen gestartet, haben letztes Jahr die Werkstattwagen präsentiert und machen jetzt den dritten großen Schritt für uns, präsentieren unsere eigenen Elektrowerkzeuge. Eigenentwickelt, Hochleistung wirklich für den Schrauber, jeden Tag in der Werkstatt. Wir brauchen einfach die Qualität, weil unsere Werkzeuge sind jeden Tag im Dauereinsatz. Und deswegen brauchen wir einfach höchste Qualität dafür. Wir haben gestartet mit, vielleicht können wir einmal rübergucken. Das ist ein Verkäufer. Der Mann brennt. Das merkt man so richtig. Natürlich. Aber das ist, er weiß auch, wovon er spricht, weil es ist so. Also ohne Scheiß. Ich habe die Black Edition bei mir und, naja, ich darf das nicht sagen, aber ab und zu sind immer im Bett ein Ruch. Da muss man auch mal ein bisschen was verlängern und sonst was. Es funktioniert. Es hält, was es verspricht. Und das würde ich jetzt nicht einfach nur sagen, wenn es nicht so wäre. So, gut. Christian, folgende Frage. Das ist ein Schlagschrauber, der mit Akku betrieben... Wie schwer ist denn das? Okay, liegt noch ganz gut in der Hand. Der, nur schon mal vorab gesagt, gleich eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Thomas, bist du so nett und dass wir das hier einmal zeigen können. Wir werden nämlich in wenigen Minuten den Weltrekordversuch starten. Und es geht dabei um den Wechsel eines Hinterreifens an einem Schlepper, in diesem Fall an einem Glas. Dieser Hinterreifen soll gewechselt werden. Der Rekord liegt bei fünf Minuten. Der soll heute gebrochen werden. Wir haben hier richtig hochoffizielle Menschen dabei. Das alles gleich. Wir sprechen noch mal kurz ein bisschen über das Werkzeug. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier heute einen neuen Weltrekord auf die Beine stellen können. Christian, ich sage das mit Absicht, weil es liegt auch ein bisschen an diesem Schlagschrauber. Ist der Akku geladen? Selbstverständlich. Das wäre jetzt das Allerschlimmste. Das haben wir natürlich vorher oft geprüft. Wir haben zwei Kollegen, die gleich den Weltrekordversuch machen werden. Die Barry, die Menko, die trainieren seit Wochen wirklich Steil und Bein, jeden Tag dabei. Und wir wollen uns einfach den Weltrekord holen. Die beiden zusammen mit unseren Werkzeugen. Das klappt auf jeden Fall. Ich kann ja neutraler Beobachter sein. Es muss einfach klappen. Es wird nicht klappen. Da bist du dir sicher? Selbstverständlich. Also wir haben tiefstes Vertrauen sowohl in Mario und Menko wie natürlich auch in unsere Werkzeuge. Und das wird auf jeden Fall funktionieren. Was hast du uns denn noch mitgebracht? Also du hast da noch einen Werkstattwagen da drüben stehen. Was sehen wir da? Genau. Also wir haben ja mittlerweile drei Werkstattwagen bei uns im Programm. Wir sehen hier zwei von den Varianten. Das heißt, wir haben einmal die kleine stationäre Variante. Wir haben einmal auch die große Variante, wo deutlich mehr reinpasst. Alle Werkstattwagen haben wir verschiedene Einlagenpakete, sodass, ihr habt es eben schon so toll gezeigt, wirklich auch die Werkzeuge ordentlich sortiert immer an der richtigen Stelle sind. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir da auch wirklich Ordnung in der Werkstatt mit herstellen. Wir haben ja gestartet damals mit... Zeig doch mal ein bisschen, mach doch mal die Schubladen. Genau. Ist der leer oder? Weswegen können wir da nichts zeigen? Selbstverständlich ist auch diese Variante gefüllt. Okay. Also wir sehen hier unser Programm Zangen, Wasserpunktenzangen. Also so eine schwarze Zange sieht natürlich auch immer gut aus, muss man ja ehrlich mal sagen. Genau. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich sagen, Optik ist natürlich schön, aber für uns steht natürlich Funktion immer absolut im Vordergrund. Wir haben sehr eng mit unserem Qualitätscenter zusammengearbeitet. Das ist für uns, gerade für die Eigenmarkenentwicklung extrem wichtig, weil nur Werkzeuge, die wirklich hohe Qualität haben, wir in unser Programm aufgenommen haben. Nur wenn die Werkzeuge wirklich allen Ansprüchen entsprechen, können wir unseren Namen draufdrucken, weil wir sind schon wirklich stolz auf die Werkzeuge. Und deswegen drucken wir mit Stolz auch überall unseren Namen drauf und stehen da auch wirklich voll hinter. Gut. Kann man denn jetzt einen Werkstattwagen komplett kaufen, also voll ausgestattet oder habt ihr das so im Programm? Also wir haben sowohl als auch, der Kunde kann natürlich im Einstiegsbereich anfangen mit dem kleinen Werkstattwagen mit drei Einlagen. Wir haben bis zu sieben, acht Einlagenpakete zusammengestellt, sodass der Kunde wirklich... Einlage ist immer so eine Schublade, oder was? Immer einmal inklusive der Schaum. Der Kunde kriegt die Werkzeuge auch genauso, wie sie hier zu sehen sind. Das heißt, die Werkzeuge sind schon immer da drin. Er braucht nur noch die Einlage fertig bestückt in den Werkstattwagen legen, sodass es auch wirklich handhabungsfreundlich für den Kunden auch ist. Okay. Keno, du arbeitest damit zu Hause in deinem Playground, haben wir jetzt schon gehört. Was ist dein aktuelles Projekt? Woran schraubst du? Ja, das aktuelle Projekt, wo ich derzeit bleibe, ist ein Golf 2, schöner Oldtimer, Baujahr 89, komplett zerlegt. Habe ich die Wohngruppe jetzt rausgetrennt, den Tunnel rausgenommen, neuen Tunnel eingeschweißt. Das ganze Ding bekommt ein V6, Sechszylinder, wieder Turbo aufgeladen, wie man mich kennt, aber diesmal auch mit Allrad und jetzt noch was, DSG. Also, über wie viel PS sprechen wir da? Satt. Also, ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte immer mal ein 1000 PS Auto bauen. Und da bist du jetzt gerade dabei? Ich glaube, das könnte in die Richtung gehen. 1000 PS? Ja. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern immer Step by Step. Und wenn man mich ein bisschen verfolgt auf meinen Kanin, teile ich das auch immer ein bisschen. Gehe ich ja ab und zu mal live, zeige dann so die Fortschritte und auch die Mistakes, die so ab und zu... Ist ja, gehört ja auch genau dazu, das weißt du selber Sven, ne? Es läuft nicht immer alles rund. Wie letzten auch, Windschutzscheibe rausgenommen, weil ich eben alles sauber machen wollte dahinter. Und einmal guckst du da im Windlauf, oh man, noch mehr Rost, noch mehr Flex, noch mehr Schweißen. So einen Scheibenrahmen, den zu schweißen, das ist nicht so einfach. Nein. Kannst du das? Ja, klar. Das kriegst du hin. Ja, krieg ich hin, ich hab's sogar gelernt. Ach, das auch noch? Ja! Und deswegen passt das ja auch hier alles wieder. Aber jetzt mal, wir ermutern uns Ordensschwestern, was willst du mit 1000 PS? Du, Affen und Toh, das ist wie beim Trinken. Man muss auch manchmal trinken, wenn man keinen Durst hat. Oh. Das sind ja Weisheiten, die hier heute wieder rausgehauen werden. Ich verstehe hier voll und ganz. So. Es ist einfach, es ist Hobby und es selber, es geht einfach nicht um die 1000 PS. Es geht einfach darum, es selber vom Kopf, die Umsetzung, das ist es einfach, ne? Es ist einfach Hobby, Leidenschaft. Ich glaube, es ist dir. Vielen Dank an dieser Stelle bis hierher, meine Herren. Ja. So. Wir werfen jetzt einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Granit, kann man sagen. In, ja, ich würde fast sagen, in das Herz. Wir gucken uns das Logistikzentrum an. Wie da gearbeitet wird, was da vonstatten geht. Also, ich habe mir das vorhin zum ersten Mal ansehen dürfen. Alle Wetter, nicht schlecht. Für unsere Teamarbeit natürlich einen hohen Stellenwert. Jeden Tag gibt es neue Dinge, die uns erwarten, wenn wir die Kundenaufträge abarbeiten. Das, was die Kunden heute bestellen, das wollen sie morgen geliefert bekommen. Und dass wir das regelmäßig gut hinkriegen, das ist toll und das beeindruckt mich auch. Mein Name ist Sönke Schlüter. Ich bin operativer Leiter für einen Teil des Warenausgangs und zuständig für die förderfähigen, kommissionierenden Verpackungsbereiche. Ich bin Sina Haschstedt und bei Granit Parts für die manuellen Lagerbereiche und den Versand zuständig. Wir bieten unseren Kunden ein sehr großes Sortiment an Ersatzteilen für die Bereiche Landmaschinen, Baumaschinen, Gartentechnik und Hydraulik an. Wir haben so 290.000 Artikel im Sortiment. Die Ware, die uns hier im Zentrum erreicht, die kommt zu etwa 65% auch aus Deutschland. Im Wareneingang wird dann direkt unterschieden. Was ist das für ein Teil? Ist es ein Kleinteil? Ist es ein Sperrigteil? Und je nachdem wird es dann entsprechend eingelagert und das in der Regel auch tagaktuell. Die Fachbodenanlage ist unser Herzstück hier im Lager. Das ist ein Logistikbereich, wo wir 600.000 Lagerorte haben mit überwiegend Kleinteilen. Die etwas größeren Teile, die auch förderfähig sind, die haben wir dann im automatischen Kleinteilenlager. Das ist ein Shuttle-Lager. Und die Ware, die dann langsperrig, groß und schwer ist, die haben wir im entsprechenden Palettenlager. Ich bin Henning Wolf. Ich bin operativer Leiter Anlagentechnik. Ich bin hier in der Logistik verantwortlich für den Bereich der Fördertechnik und für das automatische Kleinteilelager. Wir haben im AKL 100.000 Lagerplätze, die von 125 automatischen Shuttles angefahren werden, die die Artikel zu dem Kommissionierplatz bringen. Die Fördertechnik zieht sich durchs gesamte Ersatzteillager und verbindet unterschiedliche Lagerbereiche. Unsere Kommissionierbehälter werden über die Fördertechnik in den Versandpuffer gefahren. Dort werden die Behälter konsolidiert und dann geschlossen in die Verpackung gefahren, wo die Artikel dann verpackt werden. Wir haben hochmoderne Verpackungsarbeitsplätze, wo die geschulten Mitarbeiter die Ware ordnungsgemäß verpacken, damit der Kunde die Ware so erhält, wie er sie erwartet. Die fertigen Kundenaufträge werden vollautomatisch über die Versandrutsche den jeweiligen Abfahrtsbereichen zugeordnet. Die fertigen Ladeeinheiten werden dann von geschulten Mitarbeitern fachgerecht verladen. Besonders viel Spaß an meiner Arbeit macht mir der abwechslungsreiche Job. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen und das macht den Reiz an dieser Aufgabe. Wir haben in der Vergangenheit hier sehr viel verändert und wir sind sehr gewachsen. Und das ist etwas, was die Leute auch verstanden haben, mitzugestalten. Und dann gemeinsam auf die Erfolge zu schauen, das erfüllt uns mit Stolz und macht viel Spaß. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war jetzt mal ein Blick ins Innere. Der Chef des Ganzen ist Kai Fürling. Kann man sagen, dass das das Herz von Granit ist? Definitiv. Also wir sind Logistik. Wir sind das, was dort gezeigt wurde. Das ist ein Spiegelbild dessen, was wir jeden Tag hier machen. Wir schicken pro Tag 40.000 Pakete hier raus. Das sind unglaubliche Wachstumsgeschichten, die wir hingelegt haben. Und die gestalten wir hier mit dem Team jeden Tag aufs Neue. Also das, was wir da heute sehen, ist das Produkt von wie vielen Jahren Arbeit? Also da muss man ja irgendwann mal hinkommen. Ja gut, Granit gibt es jetzt seit 25 Jahren. Ich darf die Story seit neun Jahren begleiten. In den neun Jahren haben wir die Ausbringungsmenge, das, was wir jeden Tag bearbeiten, verdoppelt. Das heißt, von 20.000 Paketen heute auf 40.000 Pakete sind jetzt auf über 250.000 Artikel im Bestand, im Sortiment. Ja, und das schicken wir jeden Tag raus. Aber sag es denn vor neun Jahren, als du dazugekommen bist, sah es da schon so aus? Oder habt ihr da noch mit Hubwagen von links nach rechts geschoben? Na, Hubwagen nicht. Nein, nein, nein. Aber es hat sich wahnsinnig verändert. Wir haben die Fläche fast verdoppelt. Also wir haben jedes Jahr eigentlich, ist eigentlich hier immer schon das gefügelte Wort, was ist das nächste Projekt? Was starten wir weiter? Wir haben immer wieder neu angebaut, neue Bereiche hinzugewonnen, innerbetrieblich umgebaut. Und ja, vielleicht auch an dieser Stelle einfach mal ein Riesendank an die ganze Mannschaft, die das begleitet hat, die das gemacht hat. Und jedes Jahr wieder die ganzen Neuerungen auf sich genommen hat. Und ohne die Mannschaft wären wir das nicht. Und ich denke, deswegen kann man auch schon mit Fug und Recht sagen, dass die Logistik natürlich mit das Wichtigste ist, was Granit zu bieten hat. Kai, wir haben schwere Krisen auf der Welt. Wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, habt ihr während der gesamten Corona-Zeit es geschafft, trotzdem immer termingerecht ausliefern zu können. Wie habt ihr das gemacht? Ja, war eine riesen Mammutaufgabe. Wir haben neue Schichten eingeführt. Die Mannschaft ist da auch wirklich in vielerlei Hinsicht an ihre Grenzen gegangen. Die Leute haben ihr Privatleben hinten angestellt, haben sich in die neuen Schichten wieder einsortiert. Diese Woche sind wir gestartet, um wieder in die Normalität zurückzukommen. Und das war sicherlich sehr, sehr viel, was wir da gemacht haben. Wir haben unglaublich Personal aufgebaut in der Zeit, weil wir dort natürlich auch gemerkt haben, diese Schichten können wir nicht mit der Bestandsmannschaft abdecken. Das heißt also, es war eine riesen Herausforderung aufgrund von Corona plus noch die Umbauten. Wir sind in der Zeit mit dem AKL live gegangen, also mit dem Automatiklager und das alles im laufenden Betrieb zu machen. Unter Corona-Bedingungen war sicherlich eine sehr starke Herausforderung in den letzten zwei Jahren. Jetzt haben wir seit einigen Wochen eine Herausforderung, mit der wir alle nicht gerechnet hätten. Ich habe ja vorhin schon mit Hans-Peter Fricke, dem Chef, darüber gesprochen, die Ukraine-Krise. Wie sehr trifft euch das in eurem täglichen Arbeitsleben? Ja, heute noch nicht, muss man sagen. Sicherlich wird uns das Treffen in Bezug auf, was Hans-Peter Fricke ja auch gesagt hat, in Bezug auf Lieferströmung aus der Ukraine. Jetzt hier, die Logistik ist davon gar nicht betroffen. Kai, vielen Dank bis hierher. Ich glaube, wir schnacken gleich noch weiter. Aber wir wollen ja auf die Minute genau hier einen Weltrekordversuch auf die Beine stellen. So, deswegen hätte ich ganz gerne mal alle Beteiligten hier vorne bei mir, die an diesem Weltrekord am Start sind. Das sind erstmal die wichtigsten beiden, Marie und Menko. Marie und Menko, ihr beide wollt, also wir fangen mal ganz von vorne an. Es gibt den Rekord, einen Hinterreifen zu wechseln, in welcher Zeit? Gibt es noch nicht. Den gibt es noch gar nicht? Den gibt es noch nicht, den wollen wir heute aufstellen. Aha, aber ihr habt ein Ziel. Genau. Wir haben eine Zeit vorgegeben bekommen und das sind 5 Minuten, richtig? Genau. Und die müssen wir, also unter 5 Minuten müssen wir diesen, ja, diese Zeit müssen wir, genau. Hier wird was passieren, wenn ihr länger braucht als 5 Minuten? Dann haben wir es nicht geschafft. Das wäre schlecht. Ja. Das wäre schlecht. Und den offiziellen Teil hat Laura im Blick. Wo kommst du her? Du bist vom Institut für... Ich bin vom Rekordinstitut für Deutschland. Genau. Das gibt es tatsächlich. Man hat ja immer noch so das Guinness Buch der Rekorde im Kopf, aber das ist dann so, für Deutschland seid ihr das? Genau, wir sind sozusagen der deutschsprachige Ansprechpartner für Weltrekordanwärter, die gerne einen Weltrekord aufstellen möchten. Gibt es da noch viele? Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen da jede Woche neue Vorschläge? Ja, na klar. Ehrlich jetzt? Ja, jede Woche bekommen wir Mails von Personen und auch Unternehmen, die Weltrekorde aufstellen wollen und dann ist natürlich, findet nicht alles statt, aber die Leute kommen immer wieder auf großartige Ideen, wie zum Beispiel einen Traktor-Hintersatz zu wechseln. Das ist schon mal ein guter Gedanke. Und was war so das letzte? Was kam rein? Wo musstest du das letzte mal die Stoppuhr drücken? Ach, die Stoppuhr nicht, aber zuletzt waren wir bei der größten Pinguin-Sammlung der Welt. Da haben wir also den Klickzähler sehr häufig gedrückt mit sehr vielen Pinguin-Gegenständen. Also ich habe in meinem Reporterleben viele Sammlungen erlebt, die meisten Zollstöcke, die meisten Pinguine habe ich glaube ich auch gesehen, das war bei uns im Norden, ne? In Cuxhaven, genau. Bei denen war ich auch mal zu Hause schon viele Jahre her, aber das war in so einer Wohnung und dann zählt ihr jeden Pinguin. Ja, aber tatsächlich, Sammler sind auch sehr akribisch, indem sie sehr Listen pflegen und alles immer auf den neuesten Stand halten, Fotos von allen. Also es ist unglaublich, was da für eine Bürokratie auch hinter steckt bei Sammlungen. Werde verrückt. So, Marie und Menko, wie haben wir uns das jetzt vorzustellen, wenn wir gleich den Weltrekordversuch starten? Wie wird das ablaufen? Ja, wir... Ihr wechselt den Reifen. War mir klar. Ein bisschen detaillierter. Ich sehe hier Hilfsmaterial. Genau, wir bocken ihn einmal auf, stellen ihn auf den Bock, damit er uns nicht wegkippen kann, stellen den Wagen ran, nehmen das... Passiert das alles, wenn die Stoppuhr schon läuft oder dürft ihr das vorher machen? Nein. Also der Trecker steht so auf dem Boden und alles, was dann passiert? Der ist so jetzt fahrbereit reingekommen und ist danach auch wieder fahrbereit, dass er wieder los kann. Wie sind die Proben gelaufen? Wer hat am meisten Dampf im Oberarm? Also was... Nein. Eher du wahrscheinlich. Wie ist eure Aufgabenaufteilung? Ja, wir haben auf jeden Fall geguckt. Menko ist ja sehr groß, ich bin sehr klein. Das heißt, wir haben die Aufgaben ein bisschen so verteilt, dass wir gesagt haben, Menko macht zum Beispiel Sachen oben, ich mache die Sachen unten und Kraftaufteilung und sowas. Aber das alles werdet ihr gleich alles sehen und dann könnt ihr euch auch vielleicht denken, warum wir das so gemacht haben, warum es gut war und genau. Okay. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz auf die Uhr gucken, weil die Kollegen vom NDR Fernsehen sind nämlich auch dabei und deswegen wollen wir ganz pünktlich anfangen, weil es gibt eine Live-Schalte in die 18 Uhr-Sendung. Ich würde sagen, genau in einer Minute werden wir anfangen. Müsst ihr euch schon irgendwie bereit machen oder startet ihr quasi so locker aus der Hose? Ich weiß jetzt nicht genau. Müssten wir hier noch so ein bisschen... Ihr könnt jetzt alle Dinge tun, die ihr machen müsst. Laura, warte mal. Wo darf ich denn überhaupt sein? Ihr braucht den Platz hier. Wir dürfen ja auf keinen Fall... Das heißt, wir müssen irgendwo... Ich muss auch irgendwo hinstellen, wo ich alles gut im Blick habe und auch hören kann, ob die Radmuttern fest angezogen sind. Ah, das musst du dann auch checken danach? Ja. Warte mal, wir müssen mal irgendwie... Können wir hier so ein bisschen sein? Geht das? Wo ist denn überhaupt mein Kameramann hingelaufen? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da bist du. Thomas, pass auf, auch du darfst nicht im Weg stehen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen da rüber gehen, nach da, dass wir hier alle unter einen Hut kriegen. Würde das passen, ja. Gut. Wollen wir das dann auch so machen, Laura, dass du das Startsignal gibst vielleicht? Genau, das wäre super, weil dann würde ich nämlich auch die Stoppuhr dann starten. Das ist mit den beiden alles so abgesprochen und ja. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also seid ihr bereit, ihr zwei? Wir sind bereit. Gut. Ihr seid bereit, du auch? Dann kannst du das Startsignal geben. Ja. Holt euch den Rekord in drei, zwei, eins, los! Okay, also wir sehen, es gibt Hilfsmittel. Der Menko, ich weiß nicht genau, was er da macht, aber es scheint professionell zu sein. Auf jeden Fall machen sie es beide gleichzeitig. Marie hat schon Schwierigkeiten? Nein, da war nur was falsch eingestellt. Okay, der Trecker muss jetzt als erstes aufgebockt werden. Hast du dir das schon mal angesehen, Laura? Ja, ich habe ein Video vom Training gesehen und bin sehr gespannt, was sich seitdem getan hat. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die beiden gute Teamarbeit leisten und Handgriffe. Oh, jetzt kann man sich mal kurz die Ohren zuhalten. Also wir haben jetzt gerade eine Zeit von einer knappen Minute. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt, ihr habt ja Ohrschützer auf, eine Minute ist rum. Ich glaube, das haben sie gehört. Ah, okay. Gut, so ein Reifen wiegt natürlich auch einiges. Ich habe keine Zahl parat, aber das werden die beiden mir nachher bestimmt noch sagen können. Den kannst du natürlich nicht so einfach bewegen. Jetzt der Wechsel. Also der eine Reifen ist runter. Und dieses Ziel von 3,30, das haben Sie sich selber gesteckt. Oder gibt es von dir auch eine Vorgabe? Ja, das sind die fünf Minuten. Also solange es unter fünf Minuten ist, haben wir einen neuen Weltrekord in dieser neuen Rekordkategorie. Ah, aber wo kommt das her, diese fünf Minuten? Naja, wir haben recherchiert, was braucht man üblicherweise, was haben die beiden im Training geschafft. Und das sollen die beiden natürlich heute jetzt nochmal unterbieten, damit es wirklich eine rekordverdächtige Leistung ist. Auch bei einem Erstrekord. Genau. So, jetzt müssen sie natürlich genau die Narbe treffen. Das ist natürlich jetzt eine Fummelei. Und du wirst nachher auch überprüfen, ob die Radmuttern richtig fest dran sitzen. Nein, das werde ich schon nebenbei hören, da die beiden einen Drehmomentschlüssel verwenden, der dann ein Geräusch abgibt, wenn es fest genug angezogen ist. Genau. Gut. Gut. Jetzt wird wieder angeschraubt. Wir halten nochmal die Horns zu. Jetzt kommen die Horns zu. So, wie viel Zeit haben wir? 2 Minuten 44 sind jetzt rum. Jetzt kommt der Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Es muss einmal knacken. Laura zählt hinten mit. Es gibt Absprachen zwischen den beiden. Und wir sehen, der Wagen muss mal wieder runter. Da steht noch eine Stütze drunter, Freunde. Die Stütze wird weggezogen. Der Trecker kann abgebockt werden und ist unten. Ja. 3 Minuten 16. Freunde, nicht schlecht. Oh, guck mal, die Urkunde ist auch schon vorbereitet. Warte mal, ich gehe mal beiseite. Also, ihr beiden, wir haben ein Ergebnis. Das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt, es gibt einen neuen Weltrekord mit 3 Minuten und 16 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wenn man so vielleicht einen Fehler macht oder so, dann korrigiert man das und so arbeitet man einfach zusammen und dann läuft das wie im Schluss sozusagen. Habt ihr das im Vorfeld tatsächlich gemacht, Menko? 20, 25 Mal. Und jetzt ist aber ja ein besonderer Moment. Guck mal, hier sind zwei Kamerateams vor euch, viele Fotoapparate, Mitarbeiter, also wie fühlt sich das jetzt noch an? Ja, nicht in Worte zu fassen, unbeschreiblich, ja. Sehr schön. Also, das ist großartig. Ich freue mich für euch mit. Herzlichen Glückwunsch. Man hätte es sich ja nicht besser malen können. Wir halten fest, bei 3 Minuten 16 steht der aktuelle Weltrekord im Wechsel eines Hinterreifens bei einem, ist der Trecker dann egal? Oder muss schon so groß sein, ne? Genau, für die Vergleichbarkeit muss er auf jeden Fall mindestens genauso groß sein wie dieser hier, falls es jemand versuchen möchte, den beiden das abzujagen. Wissen wir, wie schwer so ein Reifen ist? Der Reifen an sich wird irgendwas 150, 170 Kilo wiegen. Der Schlepper selber müsste irgendwo so mit dem Klotz vorne drin irgendwo um die 7 Tonnen liegen. Alles klar. Wir wollen gar nicht so viel Werbung machen, nicht, dass irgendwer anders sich noch den Rekord jetzt demnächst schnappt, aber ihr habt ordentlich, bitte? So ist das mit Weltrekord und sind dafür da, um wieder überboten zu werden und dann könnten sie ja auch wieder in sich zugekohlen, im Zweifelsfall. Siehste, da ist man am Anfang der Woche, zählt man noch irgendwo Pinguine oder Schlimpfe und sowas ist doch auch mal nett, oder Laura? Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Super, ihr beiden. Einmal durchatmen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Gut gemacht. So, ich bin ja sowas von voller Rolle. Hier, wenn alle... Ach, ich gehe nach draußen. Kai, wir sind wieder dran, ne? Ja, man kann das den Leuten ja vielleicht auch mal... Halt das mal bitte kurz fest. Kannst du das hier auch nochmal festhalten? Man kann das den Leuten... Halt mal mir hin. Man kann das den Leuten vielleicht ja auch mal ein bisschen erklären. Es ist ja am Ende des Tages so, wir hatten ja hier ein Programm und waren schon zeitlich in Verzug, sodass wir... Dieses Mikrofon nehme ich jetzt nicht mit. Du kommst jetzt hier her. Sodass wir hier so ein bisschen umplanen mussten. Warte mal, wir vertütteln uns. So. So müssen wir das machen. Ja, ich glaube ja. Ja, sehr Dank. Ja, wunderbar. Warte mal. So. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir wollten nämlich eigentlich mit dem Stapler hierher fahren, ne? Das war geplant. Aber weißt du was? Planungsänderung. Oh, Planungsänderung. Trinken wir erstmal einen Korn. Das gefällt mir übrigens, wenn man, weißt du, wenn du nicht mehr so im öffentlichen Fernsehen unterwegs bist oder noch so privat machst, dann darf man auch mal... Ja, du kannst ja auch mal trinken während der Arbeitszeit, ne? Das ist vor allem auch noch Sprit, den man sich noch leisten kann. Weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall auch von uns. So, Prost, ne? Auf den Weltrekord. Auf den Weltrekord. So machen wir das. So, ich glaube, man sieht uns jetzt nur über diese Kamera. Oh, der hat aber Dampf. 32. Gut, ne? Das nehmen wir hin. Trinken wir, ja. Ja, gut. So far und sanft, ne? Wir müssen ja nicht mehr fahren. Das ist also gut bei uns. Hättest du das gedacht mit dem Weltrekord? Ich finde, sie haben das super gemacht. Ja, klar. Geiles Werkzeug. Ach so. Oh, ja, okay. Also, das wäre natürlich der Oberknaller gewesen. Nein, super leise. Da ist ja der Akku nicht geladen. Aber Geschwindigkeit können wir. Ja, das hat man gesehen. Ich finde das auch gut, wenn man eine Weile trainiert und dann kommt es zu dem Moment. Und dann muss aber auch alles sitzen. Ja. Es gab eins und Hacker. Ich dachte zum Schluss, jetzt vergessen Sie den Bock, weißt du? Das Ding war ja aufgebockt, der Trecker. Hatte ich kurz gesagt, den vergessen Sie. Aber das ist zum Glück nicht passiert. So, Kai, wir haben vor diesem Weltrekord den Film gesehen über das Logistikzentrum, das Herz von Granit. Du bist der Chef vom Logistikzentrum und wir haben uns darüber unterhalten. Wir fahren jetzt etwas, wo ist denn das überhaupt gelegen? Fahren wir jetzt parallel daran vorbei? Genau, das liegt alles da. Liegt alles da drückt? Das ist dein Home-Spot sozusagen? Das ist der Home-Spot. 85.000 Quadratmeter. Gut, wir haben einiges abgehandelt. Was uns noch fehlt, ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Also, wie sehen die nächsten, also ich habe die Bilder noch im Auge, wie da alles rucki-zucki hin und her geht. 40.000 Pakete am Tag gehen hier raus bei Granit. Also, denkt ihr weiter? Denkt ihr in die Zukunft? Habt ihr da schon Pläne? Ja, ganz konkret. Also, wir sind hier jetzt erstmal in Hisling, sodass wir sagen, auf dem Stand wollen wir Hisling jetzt einfrieren. Haben im Saarland schon vor längerer Zeit ein Grundstück gekauft. Das sind wir derzeit gerade am Beplanen. Nächsten Monat soll der Bauantrag einreicht werden. Und dort im schönen Saarland in Tholei wollen wir einen ganz neuen Standort errichten auf der grünen Wiese. Um kürzere Wege zu haben oder weil ihr so große Massen habt? Also, auf der einen Seite wird es einfach irgendwann die Größe bedingt, dass wir weiterdenken und auch an einen zweiten Standort nicht vorbeikommen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir Süddeutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, die Kernmärkte einfach aus einem südlicheren Standort sinnvoller beliefern können. Und deswegen eben in Süddeutschland diesen neuen Standort. Aber da, was meinst du, wann geht es da richtig los? Ende 2023, Anfang 2024 wollen wir da richtig live gehen, ja. Und das, pendelst du jetzt immer hin und her oder wie ist das für dich persönlich? Nein, also auch, aber wir haben eine tolle Truppe da unten. Wir haben auch schon jemanden, der dann die Verantwortung da unten übernehmen wird. Wir bauen also langsam das Team jetzt schon auf um den Standort herum. Auch dort in der Logistik haben wir mehrere Mitarbeiter, die sich da drum kümmern, die die Projektierung machen. Und insofern, das hängt Gott sei Dank nicht alles an meinen Schultern, nein, nein. Ah, okay. Also wir haben hier einen schönen Blick vor uns. Ich glaube, man kann den an der Kamera jetzt leider gerade nicht sehen, weil man uns sieht. Aber ich finde, also ihr habt dieses Jahr hier richtig was aufgebaut. Innen wie außen. Innen ein schickes Studio. Draußen dieses Außengelände. Geil ausgeleuchtet. Man kann es nicht besser machen. Das muss ich jetzt auch mal sagen. So, wir sind im Ablauf ein bisschen durcheinander, aber das ist auch egal. Wir haben schon Korn getrunken. Mehr geht doch gar nicht. Guter Arbeitstag für mich schon wieder. Ich würde sagen, du fährst jetzt direkt dahin, wo es den nächsten Korn gibt. Ach, warte, ehrlich jetzt? Also einfach weitermachen. Ein wunderschöner VW-Bus, der da auf uns zurollt. Es ist ein VW-T1 und zwar auch noch ein Samba. Also das ist eigentlich der schickste VW-Bus, den man sich so vorstellen kann. Danke, Kai. So, das kannst du haben. Ach, Kirsten, Hallöchen. Wir kennen uns aus dem letzten Jahr. Jetzt sag ich, es kriegst du wieder einen Korn hier. Es gibt schon wieder einen Korn, genau. Also ich habe gerade gesagt, dieser Bus, das ist ja ein wunderschönes... Guck doch da mal rein. Zeig doch mal diesen Bus. Und Kirsten, vielleicht kannst du mir... Warte mal, jetzt vertütteln wir uns. Vielleicht kannst du mir was zum Bus sagen. Ist der auf deinem Mist gewachsen? Nein, den Bus hat mein Mann mir gekauft. Oder eigentlich war es sein Bus und ich habe den dann leider umfunktionieren müssen zu einer Kornbar. Wieso denn umfunktionieren? Wieso denn leider? Ja, er war am Anfang nicht so ganz damit einverstanden, aber musste sich leider damit abfinden, dass es jetzt eine Kornbar ist. Ich habe das im letzten Jahr schon erfahren. Der Korn ist so deiner Herzensangelegenheit, nicht? Genau, genau. Das ist meine Herzensangelegenheit. Wieso und warum? Ja gut, seit 2018 haben wir jetzt den Korn. Und wir bewegen uns hier in einer Agrarwirtschaft mit Landwirten, Lohnunternehmern, Forst- und Landwirtschaft, mit Maschinen, Mähdreschern, Getreide. Und da liegt die Idee natürlich nicht so ganz fern, auch ein eigenes Produkt zu produzieren. Und da wir viele Events haben, die Fricke Party, die PSW Kassel, die Agritechnica, viele Events für die Lohnunternehmer in Niedersachsen sind. Und die Niedersachsen trinken viel Korn und wir haben viel Korn eingekauft, wollte ich ein eigenes, besseres Produkt entwickeln und habe mir eine Brennerei gesucht und das hier in Rotenburg verwirklicht. Moment mal, das ist der Klassiker bei dieser Tür hier, bei dieser Flügeltür, muss man vorsichtig machen. Also der sieht auch schick aus von innen und das ist jetzt die Bar, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Vermisst du die Partys? Ich meine, es ist doch... Und wir alle vermissen die Party, die ganze Firma vermisst die Partys, natürlich. Wer noch nie auf einer Fricke Party gewesen ist... Und warst du eigentlich mal da? Ich war da, wann war ich denn das erste Mal bei euch? Vor drei Jahren? Also ich weiß ganz genau, was da los ist. Dann baut ihr da hinten dieses riesige Zelt auf und dann ist Party, bis der Arzt kommt. So ist es, genau. Und das vermissen wir natürlich alle. Gut, bei der nächsten bin ich zugegen. Ich verspreche es. Und jetzt bist du leider mit mir noch... Ach, jetzt muss ich noch... Es ist ja unfassbar. Jetzt werden hier alle noch... Dennis, komm mal raus. Es gibt für alle jetzt noch ein Korn. Ich bin leider eben Dennis auch an. Also wir können es ja so machen. Es ist ja hier, wir sind ja unter uns. Es ist ja ein Livestream. Wir sind ja jetzt hier nicht im ersten oder zweiten deutschen Fernsehen. Da kann man auch mal... Da kommen sie alle! Die kümmern sich nämlich um die Autos und um den Korn. Ach, du schraubst da dran? Mehr oder weniger, ja. Okay, sehr gut. Dann stoßen wir mit dem Korn an. Prost! Darauf, dass auch bald mal wieder Party steigen, oder? Ganz bestimmt. Und stellvertretend mit euch, vielleicht guckt ihr ja irgendwo den Livestream mit uns zusammen, vielleicht auch mit einem Gläschen von diesen 25 Litern Frickebier in dem Fall. Oder vielleicht kriegt ihr auch irgendwo eine Flasche auf dem Tisch. Stoßen wir doch mal eben einmal zwischendurch zusammen an. Prösterchen! 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 Man, das dauert lange bei euch, ne? Man, das ist schon alle doch. Danke, das ist sehr nett. In der Nachhaltigkeit, ja. Wunderbar. Gut. Alles Gute euch. Danke. Ich verschwinde mal nach drinnen. Darf ich... Nehm du doch mal das hier, bitte. Ja, das übernehme ich. Dennis? Das geht jetzt hier weiter. Hier ist was los bei Firma Fricke. Ich muss jetzt... Wir blättern zurück. So. Der Moderator kommt mit zwei Kornintus wieder ins Studio. Und weiß überhaupt nicht mehr, was Sache ist, weil alles durcheinandergegangen ist. Wer sind Sie denn jetzt überhaupt? Ja, ich weiß, Markus. Markus, du bist der Mann für die Bewässerungssysteme. Genau. Ach, das ist ja auch sehr hervorragend, danke. Wollen wir noch einen Korn trinken? Nein, das war Spaß. Freunde, das war Spaß. Später. Später auf jeden Fall nehmen wir noch einen. So, pass auf. Ich muss jetzt hier einmal zurückblättern, weil wir... Hast du das gesehen mit dem Weltrekord? Absolut. Das haben die ja wohl, also wirklich mit Bravour... Ja, der muss erstmal übertrumpft werden. Jeder, alles hat gesessen, neuer Rekord. Ach, warte, ich bin ja aus dem Plan, ich weiß es nicht. So, was hast du uns mitgebracht, Markus? Ja, ich habe was mitgebracht aus unserem Sortimentsbereich Garten. Ja. Wir haben ja in der Granitwelt auch unsere Garten- und Forstwelt und hier haben wir ein neues Segment aufgemacht im Bereich Bewässerung. Also das ist auch für den Endkunden gedacht? Genau. So wie das aussieht, oder? Ja, das ist sowohl für den Endkunden, also wir haben hier zwei verschiedene Schlauchgrößen, halb und dreiviertel Zoll. Und das kann sowohl der Privatmann im Garten nutzen, wie aber auch der professionelle Garten-Landschaftsgärtner. Oder bis hin zum Baugewerbe für die Wasserversorgung auf der Baustelle, meinetwegen. Also ich bin ja mal ehrlich, man geht so in den Baumarkt und dann kriegst du ja immer die verschiedensten Schläuche da, die du da kaufen kannst. Und da gibt es natürlich auch einen hohen preislichen Unterschied. Ich denke dann immer, muss auch ein qualitativer Unterschied sein. Was mich persönlich immer am meisten ärgert ist, das merkt man so richtig, wenn man den Schlauch anfasst, wenn der so weich ist. Da hast du sofort einen Knick drin. Und komisch dabei, das kriegst du ja auch nie wieder raus. Der bleibt immer an der Stelle. Genau, man kennt das ja klassisch, man hat den Schlauch im Garten, zieht ihn aus und dann verdreht er sich in sich und an der stärksten Stelle fängt er dann an sich zu knicken. Also worauf kommt es denn an? Also was macht denn einen guten Schlauch aus, einen guten Gartenschlauch? Also ein guter Gartenschlauch ist torsionsfest oder windungssteif, aber zugleich flexibel. Das heißt, in seiner Längenkonstruktion muss der Schlauch in der Form stabil sein, muss aber trotzdem flexibel sein, wenn ich ihn meinetwegen auf eine Schlauchtrommel oder auf eine Haspel aufrollen möchte und zugleich natürlich auch das Wasser durchlassen. Okay, und hier bei Granit testet ihr ja auch die Schläuche? Auf jeden Fall. Also wir haben auch maßgeblich an der Produktion und an der Entwicklung von diesem Schlauch dazu beigetragen, auch mit unserer Qualitätssicherung und haben hier auch einen Test ins Leben gerufen, den es so eigentlich bis dato noch gar nicht gab. Und mit diesem Test können wir den Schlauch in seiner Aktialrichtung so stark belasten. Und da kommen Messwerte zusammen, die wir dann schließlich als Argument nehmen, in welcher Qualitätslinie befinden wir uns hier. Markus, wie ihr das hier bei Granit macht, das würde ich vorschlagen, schauen wir uns jetzt an. In der Zwischenzeit können wir beide ja noch einen Korn trinken. Gerne. Moin, herzlich willkommen im Qualitätsmanagement. Heute werden wir euch zeigen, wie wir unsere Wasserschläuche prüfen. Wir kennen das aus dem Alltäglichen. Der Schlauch darf keine, ich sag mal, Achterbahnen bilden auf dem Rasen, wenn man den ausgewickelt hat. Dann knicken die oft hier ein, man bekommt dann nichts mehr raus. Oder aber man kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn man den wieder aufräumen will nach getaner Arbeit. Wir werden hier einen Schlauch einspannen und den mit diesem Schleppzeiger verzwirbeln, wie man so schön sagt. Okay, voilà. Also wir haben jetzt den Schlauch hier eingespannt, festgemacht im obigen Bereich und im unteren. Und jetzt nehmen wir unser Prüfmittel, stecken wir hier rauf, stellen den auf Null und jetzt verzwirbeln wir den Schlauch oder bringen ihn auf Torsion. Das war's. Wir haben hier einen Wert von 4,8 Newtonmeter. Also mit unserem ermittelten Wert haben wir herausbekommen, dass wir mit unserem Wasserschlauch von Black Edition im Premium-Bereich uns befinden. Das heißt wiederum, dass unser Gartenschlauch für den Anwender sich nicht so leicht verknotet, Achterbahn baut auf dem Rasen und sich wieder leicht auf die Felge nach getaner Arbeit aufrollen lässt. So, wir merken heute, Schläuche ist ein ganz großes Thema bei euch und Markus, du hast noch eine Sache auf dem Herzen, die dir sehr wichtig ist. Genau, also es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt schon Equipment zu Hause hat, stellt das gar kein Problem dar, da wir uns auch da bei der Entwicklung natürlich Gedanken gemacht haben und dieses Klick-System, wie man es kennt, ist bei unserem System absolut kompatibel mit den marktüblichen Systemen, die es zu kaufen gibt. Also man kann mit unserem System auch schon bestehende Sortimente erweitern, wenn man jetzt nicht das Gesamtpaket braucht. Alles klar. Markus, vielen Dank bis hierher. Nehmen die Schläuche wieder mit, wir müssen hier was anderes hinstellen. So, und jetzt kommt meine Bruder Hilde so ein bisschen in Szene, zusammen mit Felix. Wir sprechen über das Thema, wo soll ich mich denn überhaupt hinstellen? Ich gehe zu Felix hier rüber. Ja, ich komme her zu mir, alles gut. Moin. Moin. Wir sprechen über, ja, auch ein digitales Thema in der Landwirtschaft, was immer wichtiger wird, nämlich Precision Farming. Gut, dass du es sagst, ich kriege da immer einen Holpler. Precision Farming. Genau, ist der Überbegriff. Da bin ich bei Granit Parts der entsprechende Produktmanager für diese Produkte. Ja. Was heißt überhaupt Precision Farming? Das ist auf der einen Seite das, was wir bei Bruder Hilde installiert haben, also ein Lenksystem zum Beispiel, aber eben auch Maschinensteuerung. Isobus ist so das Wort in aller Munde, eine genormte Schnittstelle zur Maschinenkommunikation. Genau. Jetzt kann man ja sagen, wieso überhaupt, also ich wusste gar nicht, was ihr da macht. Ich war gerade in der Zeit im Urlaub. Bruder Hilde hat den Winter verbracht im Landwirtschaftlichen Museum in Schleswig-Holstein in Melldorf, das ist wunderschön gelegen, oben an der Küste, kann man sich ruhig mal angucken, und da hat sie überwintert und da bist du hingefahren mit deinem System und meintest, ja, wir wollen ein Lenksystem verbauen. Wie soll das denn funktionieren? Das Ding ist von 1957, wie kann das denn hinhauen? Es hat tatsächlich funktioniert, ich würde sagen, wir sprechen da gleich nochmal drüber, aber gucken wir uns vorher den Film ab, wie du bei Dr. Trecker warst. Gerne. So Holger, das ist jetzt das gute Stück? Ja, das ist Brunhilde, leicht patiniert, aber fit, oder 57. Wir wollen Brunhilde ausstatten mit einem manuellen Lenksystem, bedeutet, wir wollen ein System installieren, was eben die Richtung anzeigt auf dem Acker, um eben selber noch lenkend eben die richtige Spur zu finden, genauer zu fahren. Was früher die Bäuerin auf dem Beifahrersitz gemacht hat, haben wir heute elektronisch und viel korrekter, ne? Genau. Gut, erzähl, wie geht's an? So, also wir haben jetzt alles installiert, fachgerecht. Jetzt machen wir einmal einen Funktionstest. Hinten auf der Rückseite befindet sich ein Knopf auf der rechten Seite, genau. Und wir sehen ein Bild, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben Strom. Es lebt. Wir haben hier einen Trimmel GFX 350, ein Android-Betriebssystem, ist ja bekannt vom Handy, also sehr, sehr intuitive Bedienung. Die Lenkung ist am Ende in einer App drin. Als nächsten Step müssen wir gleich einmal die Offset-Werte eingeben, das heißt, am Ende weiß das System ja eigentlich nur, wo sich der Empfänger empfindet. Wir müssen einmal sagen, welche Höhe hat dieser Empfänger, was haben wir für einen Achsabstand, wie breit ist der Trecker überhaupt, ne? Gut, immer eben ausmessen und fertig. Du würdest sagen, du hast da ziemlich genau 2,05 Meter. 2,08 Meter würde ich sagen. So, so, da wird aber einer genau. Genau. Der Versatz, der Antennenversatz ist 0. Hinterachse zur Anhängerkupplung. 80 Zentimeter. Da haben wir 1,65 Meter. 1,55 Meter. Das war ja einfach. Also, für die AB-Linie, für die Spur, musst du einmal in eine schöne gerade Linie zu vorhandenen A-Punkt setzen, am Startpunkt, B-Punkt am Endpunkt, am besten auch während der Fahrt, mindestens 15 Meter auseinander. Und dann hast du eben eine gerade Linie, die sich eben hier nach Arbeitsbreite deines Gerätes nach links und rechts unendlich publizieren kann. Ja, warte, jetzt alles gut, paar Mal gerade, schön warte. Ja. Genau, hast du okay drücken? Okay. Genau, und jetzt, das ist mal links und rechts. Ja. Die Arbeitsbreite, die wir eingestellt haben, 3 Meter Grubber jetzt beispielsweise, kannst du wieder zurückfahren, theoretisch. Und dann können wir mal schauen, wie das mit den, hier oben ist ja schon die Abstände, ne? Ich fahr dann mal los. Genau, hier siehst du jetzt die Spuren und kannst jetzt hier oben versuchen, die Spur zu halten. Ja. Ich muss jetzt 40 Zentimeter weiter rüber. Ja. So. Genau, so, jetzt bist du im grünen Bereich. Und wir sehen, wir fahren genau in der Spur, wo wir eben auch gefahren sind. Perfekt, ne? Ja, läuft, schon kann man mit der alten Dame zentimetergenau arbeiten, ohne dass die Bäuerin daneben sagt, wo du lang musst. Und weckert. Läuft. Schöne Technik, macht mir Spaß. Also, man muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass aktuelle Technik auf so einem Schlepper von 1957 funktioniert. und jetzt kann man natürlich sagen, gut, brauche ich das jetzt wirklich an so einem alten Trecker, aber es gibt durchaus Fälle, wo es sinnvoll ist. Definitiv. Ja, man muss die Vorteile sehen von so einem System. Ich kann Überlappung minimieren, ne? Wenn ich die nächste Spur fahre beispielsweise, beim Grubbern oder Ähnlichem, vor allem interessant bei Arbeiten, wo man große Arbeitsbreiten hat, oder wo man schlicht und ergreifend gar nicht sieht, wo man überhaupt gefahren ist. Dünger streuen, hier Gülletechnik mit den neuen Schleppstoffverteilern, das sind durchaus gängige Anwendungsgebiete. Und wir haben gesehen, der Aufbau, relativ einfach, relativ simpel, ja, an fast jedem Schlepper, oder? Du, manchmal ist es ja so auch, dass sich der eine oder andere gegen das neue Zeitalter so ein bisschen verwehrt. Ja, und der Schlepper eben noch nicht so modern ist. Opa kann vielleicht nicht mehr so gut sich nach hinten umdrehen, da ist es dann ein leichtes, das nachzurüsten, richtig? Genau, also auch der Komfortgedanke, also man muss nicht mehr dauernd nach hinten gucken, natürlich das Arbeitsergebnis seines Gerätes zu überprüfen, aber eben dieses permanent nach hinten gucken, um genau in der Spur zu fahren, entfällt. Man kann das schön ergonomisch in seinem Sichtfeld platzieren. Also Systeme dieser Art kann ich hier bekommen, wenn ich jetzt sage, finde ich gar nicht so schlecht. Genau, wir bekommen, und auch wenn Fragen sind, schon vorab bei der Konfiguration, welches System ist überhaupt das Richtige. Es gibt natürlich auch Erweiterungen, man kann damit Maschinensteuerung realisieren. Es gibt im nächsten Step automatische Lenksysteme, sprich, dass der Traktor automatisch sogar lenkt. Das wäre hier nicht mehr möglich, genau. Die hat eh ihr eigenes Leben, aber... Okay, gut, auf jeden Fall, also vor allem ja auch für dich ein super interessantes Feld, das du hier besetzt, vor allem sehr zukunftsweisend. Bin ich gespannt, was wir da noch hören werden die nächsten Jahre. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Danke, Felix. Danke, Sven. So, und wir kümmern uns jetzt um die Sitze, die wir heute angekündigt haben am Anfang der Sendung, und wir werden sicherlich auch einen Gewinner haben des heutigen Abends. Dazu gehen wir nochmal hier rüber. Jawoll, die Herren, schönen guten Abend. Da wird schon wieder so gegrinst. Warum denn? Einfach fröhliche Menschen. Ach so, ja. Das stimmt allerdings, das muss ich tatsächlich sagen. Also bei euch habe ich in den letzten Jahren noch niemanden erlebt, der irgendwie grießcremig wäre. Hinter den Kulissen wird viel kommen getrunken. Hinter den Kulissen? Schau an. Das habe ich übrigens das erste Mal hier auch schon mitbekommen. Aber nun denn. Adrian, also die Sitze sind so ein bisschen dein Steckenfeld. Wir haben uns am Anfang der Sendung unterhalten, da hast du es, glaube ich, noch nicht mal angedeutet. Aber du hast dieses Projekt der Entwicklung einer eigenen Sitzreihe quasi in die Hände genommen. Ist das soweit richtig? Ja, kann man so sagen. Ich bin da so ein bisschen zufällig reingerutscht, weil eigentlich bin ich ja für den Verkauf zuständig. Aber Matthias und auch ein anderer Freund, die haben irgendwie zusammen mal Lieferanten besucht. Und so bin ich dann irgendwie auch in das Thema mit reingerutscht und bin natürlich auch happy, jetzt weiterhin dabei zu sein. Matthias, du bist Produktmanager. Also ihr habt jetzt gesagt, wir möchten einen eigenen Sitz haben, weil euch wahrscheinlich aufgefallen ist, die Sitze sind schlecht oder nicht so toll. Es geht besser. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Es gab immer wieder die Anfrage, dass wir einfach einen Sitz, einen luftgefederten Sitz anbieten sollten, weil die Anfragen kamen immer wieder rein, der einem Preis-Leistungs-Verhältnis auch gerecht wird, der hochwertig ist. Und diese Aufgabe haben wir uns gestellt seit anderthalb, zwei Jahren. Und seit Januar 2021 haben wir dann die Prober-Serie jetzt auch im Markt drin und sind, denke ich mal, der Aufforderung und Anforderung auch ein Stück weit gerecht geworden. Okay, kann ich denn, egal welchen Schlepper ich habe, die Sitze einfach so tauschen? Im Grunde ja. Du kannst diese Sitze, die Prober-Serie, in praktisch fast allen Sitzen aufbauen, wenn der Aufbau gerade ist, weil die Bodenplatte ist mit individuellen Lochbildern versehen. Das ist immer gleich? Das ist nicht gleich. Achso, bei euch? Ihr habt ganz viele verschiedene? Genau, das sind verschiedene Optionen, die du praktisch wählen kannst und dementsprechend dann auch aufschrauben kannst auf den Aufbau in der Kabine. Okay. Worauf kommt es an bei einem guten Sitz? Ja, ich würde sagen, auf den Komfort kommt es besonders an. Wenn man lange auf dem Schlepper sitzt oder so, dann muss das Kissen schon besonders weich sein. Der Bezug muss gut sein. Und ja, ich glaube, der Sitz sieht auch einfach geil aus, muss man auch mal sagen. Schwarz ist sowieso immer gut, ne? Genau. Und allein der Name ist ja, weil du deine Finger mit im Spiel hast, Pro Boss oder wo kommt das her? Ich glaube wahrscheinlich von irgendeiner schlauen Marketing-Agentur, aber eigentlich soll die Message rüberkommen, Pro Boss. Also der Fahrer, der Boss, der auf dem Schlepper sitzt, der soll im Vordergrund stehen. Und deswegen haben wir uns diesen Namen. Der muss gut sitzen. Genau. Gut. Einer, der diesen Sitz getestet hat, zu dem schalten wir, das ist Jonathan Ullmann, wahrscheinlich besser bekannt als Jonathan Agrar. Da ist er. Schau mal an. Hi. Sag mal, sitzt du gerade auf dem Sitz? Ne, leider nicht. Ich bin erst am Wochenende wieder auf dem Betrieb, wo ich den eingebaut habe. Ach, okay. Stehst du im Stall oder was? Ich bin im Stall. Ich habe meinen Stalldienst kurz unterbrochen und mache danach dann weiter. Wie sind da denn dann zugeschaltet? Per Handy oder hast du einen Laptop mitgenommen? Per iPad. Per iPad im Stall. Alles klar. Das heißt, du kannst uns den Sitz jetzt gar nicht zeigen, aber du kannst uns sagen, wie es sich anfühlt mit dem Sitz. Wie war das? Also den umzutauschen und dann mit. Ging das alles einfach? Ich meine, erzählen können wir hier ja viel. Ja, also super easy. Wir haben den mal am Samstag Nachmittag ganz entspannt einbaut. in weniger als er stund. Und jetzt gerade, wie ihr schon gesagt habt, mit dem Lochbild. Wir haben das auch mal 26 Jahre alter Fenn 312 montiert. Und da war jetzt so Schiene an dem alten Sitz und dann hat man die Schiene weggemacht. Und die Schiene war da eben entsprechend so das Lochbild in der Kabine. Und haben dann einfach die Schiene an dem ProBoss-Sitz nachgeschraubt und den dann einfach wieder dran montiert. Ja. Kommst du aus Bayern oder aus dem Badischen? Bayern-Württemberg, Schwäbische Alb. Ja. Siehste? Vor zwei Jahren war ich da unterwegs. Da wird auch weniger Bier getrunken, da wird mehr Wein getrunken. Richtig? Schon auch, ja. Eher im Badischen. Noch eine Leona dazu? Ja. Ich war übrigens auf der letzten Fricke-Party 2019 am Start. Da hast du die letzte noch mitgenommen, oder was? Ja, habe ich. Ja. Du, die Kollegen sprechen auch noch immer über dich hier. Also da muss irgendwie was vorgefallen sein. Nee, so schlimm war es nicht. Nee. Gut. Alles klar. Dann wünschen wir dir weiterhin viel Freude mit dem Sitz. Ja. Und wie lange machst du heute da noch im Stall? Ach, ja. Ich habe jetzt später angefangen. Eine neue Stunde brauche ich auch gerne mit durch. Gut. Alles klar. Jonathan, dann vielen Dank. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Fricke-Party, würde ich sagen. Ja, das hoffe ich von Herzen. Vielen Dank. Sehr gut. Mach es gut. Danke dir. Ciao. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir dazu, den Gewinner des heutigen Abends zu küren. Bitte? Ach, du hast den schon den Namen? Du weißt den schon. Wie weißt du das jetzt auswendig? Gibt es hier keinen goldenen Umschlag, oder was? Wollten die mir nicht geben. Wollen wir das nicht? Alles digital. Nein. Per WhatsApp rübergeschickt. Das hast du jetzt quasi auf dem Handy? Genau. Ich kann es schon mal verraten. Das ist ein Deutschfahrer. Aha. Diese Information gab es auch. Es ging ja darum, dass er kommentieren soll, warum er denn diesen Sitz gebrauchen könnte. Weißt du denn auch, was er da gesagt hat? Das weißt du jetzt wieder nicht. Das weiß ich nicht. Siehste? Da wäre es besser gewesen, hätte er ein Zettel gekriegt. Jonas, jetzt komm doch mal hier ins Bild. Du bist den ganzen Tag hinter der Kamera. Er will den auf jeden Fall auf sein Deutz. Dx471 möchte er. Das hätte ich noch gewusst, dass er den da einbauen möchte. Wieso er jetzt da unbedingt einen braucht, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist der alte kaputt. Dann machen wir jetzt hier Trommelwirbel, Fanfare. Wie heißt der Gewinner dieses Sitzes? Michael Danza. Wissen wir auch, wo er herkommt? Wissen wir nicht. Michael Danza. Aus dem Internet. Dann sagen wir, ist das der Sitz jetzt hier? Das ist der Sitz. Alles klar. Michael Danza fühlt sich demnächst wie ein Boss. Auf seinem Schlepper hat einen niegelnagelneuen Sitz gewonnen. Im Wert von? Über Geld reden wir nicht. Achso. Du hast vorhin das erste, was du gesagt hast, war ein Preis-Leistungs-Verhältnis und guten Sitz bauen. Das ist ein Unikat. Das hat auch noch keiner. Den gibt es noch nicht mal im Webshop. Ach, den gibt es noch gar nicht zu kaufen. Ihr müsst euch quasi den Preis erst noch ... So würden wir jetzt aus der Nummer rauskommen. Wir haben dieses Modell als viertes Modell bei uns jetzt in der Serie. Und wir gehen davon aus, dass wir sie jetzt auch Mitte, Ende April dann haben. Und dann können wir daraus helleweg verkaufen und anbieten. Und dann gibt es auch irgendwann einen Preis. Dann haben wir auch einen Preis. Dann reden wir auch über Geld. Gut. Verstanden. In diesem Sinne können wir hier jetzt sagen, Hans-Peter, komm doch noch mal rüber. Jetzt haben wir auch leicht überzogen, glaube ich. Bleib ruhig hier, Matthias. Jetzt haben wir eine Viertelstunde länger gemacht. Aber es ging auch ein bisschen durcheinander mit dem Weltrekord und so weiter. Aber ich finde, wir können wieder mal höchst zufrieden sein. Der Weltrekordversuch hat geklappt. Nein, aber ich glaube, da ist es rübergekommen. Wir haben mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns sehr viel Mühe gegeben. Alle haben sich da wahnsinnig engagiert. Und es hat allen Spaß gemacht, sich auch zu präsentieren. Und am Ende ist es dann auch schön, wenn man für ein Produkt steht. Und am Ende müssen wir es ja alles verkaufen. Und ich glaube, es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Auch mit den Einspielungen, die wir hatten, mit den Filmen von der Zugspitze. Zuletzt der Landwirt von der Schwäbischen Alb. Es war ein ganz abwechslungsreiches Programm. Die Logistik, das soweit. Also man merkt auch, ihr habt eine gute Bindung zu euren Kunden. Es ist halt auch nichts gespielt. Man merkt, dass das echt ist. Auch als wir in die Schweiz geschaltet haben. Wieder alle sitzen da an der Feuerwehrbank und euer Bier trinken. Klar, die bezahlen uns letztendlich. Und das Wichtigste, wir wollen ja auch Wärme rüberbringen. Wir machen keinen reinen Strukturverkauf wie jetzt Amazon. Sondern wir bringen Wärme rüber mit unseren ganzen Außendienstern, mit unserem ganzen Team. Also wir müssen eben immer das Ohr am Kunden haben. Und ganz genau wissen, was der möchte. Probleme lösen, mit den Kunden leben. Und deswegen haben wir auch so viele Leute eben in der Beratung. Von eurer Seite noch irgendetwas? Ich glaube, auch eine runde Veranstaltung. Die Jungs haben nichts mehr zu sagen. Aber dann vielleicht noch, ja, morgen, übermorgen, kommt dann noch die... Saphir. Genau. Aber ich glaube, das ist auch deine Aufgabe, da nochmal andere Ration zu machen. Das ist ja egal, wer das sagt. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, dass ich muss auch sagen, wir waren ja im letzten Jahr, haben wir das erste Mal so ein größeres Live-Event gemacht. Dieses Mal drei Tage am Stück. Das war heute Tag eins. Wir haben um 17 Uhr angefangen. Morgen und übermorgen geht es weiter. Wir starten jeweils um 19 Uhr. Morgen heißt es Saphir live. Zum ersten Mal dabei. Ich bin selber ganz gespannt. Und am Samstag dann Fricke Landmaschinen live. Ich weiß schon, es wird so ein bisschen wetten, dass fast. Also es wird rund, es wird bunt, es wird spannend. Ihr habt euch richtig was einfallen lassen. Unter anderem werden wir mit einem Mähdrescher Bierflaschen aufmachen. Also ich freue mich da richtig drauf. Morgen bitte wieder einschalten, hat man früher gesagt. Heute sagt man reinklicken. Ab 19 Uhr auf den gängigen Seiten. Morgen Saphir, übermorgen Fricke Landmaschinen. In diesem Sinne. Schönen Abend. Schönen Tag. Schönen Dank. Tschüss. Mal Lamp producing einenems showing. Chönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Diesen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Hier sind die Brann sonst. Schönen Tag. 81 Sand Paul ist eng resultat. Darin江xic. K Independage ab 40ados Euro. Musik 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 Musik